Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich, es ist und bleibt eine wilde Mischung aus ganz alten und ganz neuen Texten. Wenn Ihr Lieblingstext heute Abend nicht dabei sein sollte, dann müssten Sie einfach nochmal wiederkommen. Und wenn ich Sie hier sitzen habe, möchte ich Sie wie immer ermuntern, öfter ins politische Kabarett zu gehen. Sie spüren das ja auch heute auch wieder hier im Saal. Im politischen Kabarett sind Sie ja stets vor lauter engagierten Gesellschaftskritikern umgeben. Ja, einige sind doch leise engagiert, manche auch geradezu engagiert leise. Aber im Engagement sind Sie alle, oder? Wer heutzutage nirgendwo im Engagement ist, der kann sich doch die Gesellschaftskritik in Form einer Kabarett-Eintrittskarte kaum noch leisten. Zumindest nicht in den Tempeln der Kleinkunst. Da, wo das literarische Kabarett zelebriert wird. Wo man die knallachte Gesellschaftskritik in weichen Polstersesseln auffängt. Wo man das im Halse steckgebliebene Lachen in der Pause mit Champagner runterspült. An solchen Orten, da lässt man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Einer der größten Pointen aller Zeiten. Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie die Kabarett-Eintrittskarte noch gut aufheben. Wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus. An der Stelle ist voriges Jahr noch sehr gelacht worden, meine Damen. Da war immer großes Hallo. Wann soll das denn sein? Der Zusammenbruch des Kapitalismus. Da bin ich bestimmt in Griechenland in Urlaub. Hör mir doch auf. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na was hatten Sie denn für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ja ich meine das Ausbeutungssystem, in dem wir leben. Wo Menschen für 3, 4 Euro die Stunde arbeiten. Leiharbeitsfirmen, meine Damen und Herren. Die moderne Form der Sklaverei. Wir haben ja nicht mehr nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wir haben auch Arbeitsverleiher. Diese Menschen, die dort beschäftigt sind, arbeiten die selber Arbeit, wie wir die neben ihnen arbeiten, aber für zwei Drittel vom Lohn. Und nicht nur Schlecker sind die großen Bösewichter. Nein, auch die Caritas arbeitet in ihren Pflegeheimen zum Teil mit Leiharbeitsfirmen zusammen. Ja sicher, der Unterschied zwischen Caritas und Schlecker ist, bei der Caritas kriegen die Mitarbeiter noch eine Bonuszahlung. Gotteslohn. Und dann sind Sie noch froh, wenn Sie denen nicht mehr den Jesuiten in Form von Sachleistungen ausgezahlt kriegen. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie, halt einen Moment. Hol den großen Karton mit den Kabarettantrisskarten aus. Dann sagen Sie, hier, ich war im Widerstand. Ich habe laut und offen gelacht, weil meine Regierung verspottet wurde. Ich habe geklatscht. Ich habe anhaltend geklatscht, wenn das System kritisiert wurde. Und wenn seine Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen entlarvt wurde. Ich habe auf offener Straße Kanzlerinnenwitze erzählt, was wollen Sie von mir? Ich war keine Blockflöte, ich war eine Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert, Franz Alt gelesen und die Taz. Die Taz. Okay, abonniert, nicht gelesen. Aber ich habe mich freiwillig an Tempo 100 gehalten, zumindest in geschlossenen Ortschaften. Ich habe für vom Aussterben bedrohte Arten gespendet. Für Robben, Kurden, Grüne, Linke, Intellektuelle. Ich habe mir den Hintern mit Umweltschutzklopapier wund gerieben und den Magen mit Nicaragua-Kaffee versaut. Ich war doch dagegen. Ich war für Schwäter zu Flugscharen, für Politiker zu Menschen. Ich bin kein Täter, ich bin Opfer. Also wenn schon bin ich Opfer und Täter. Also Rotkäppchen und Wolf. Links und SPD. Eine 19 Jahre alte Pointe, die die meisten als heute begreifen. Links und SPD. Katholisch und Demokrat. Dauert nochmal 19 Jahre. Ist okay, ist okay. Vielleicht können Sie den besser wechseln. Hirnbesitzer und FDP-Wähler. Ein Habino. Attentatsopfer und Rollstuhltäter. Das muss ich Ihnen aber gleich sagen. Wenn Sie an der Stelle schon Probleme haben, wird das ein sehr schwerer Abend für Sie. Aber noch ist das System stabil, oder? Den meisten Deutschen geht es doch so gut wie nie zuvor. Wir haben Krise. Schauen Sie sich doch mal um in diesem Land. Hier wird auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist, die, die wirklich nichts haben, also diese Unterschicht, ne? Oh. Das darf man jetzt wirklich nicht sagen. Ich vergesse das immer wieder. Der Begriff Unterschicht ist diskriminierend. Also zu eindeutig. Es hat lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas überhaupt gibt. Aber die haben die ja gefunden. Vielleicht können Sie sich erinnern. Das war ein Sensationsfund. Das ist drei Jahre her. Zwei Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die haben eine völlig neue Lebensform entdeckt. Mitte in Deutschland. Die leben ganz versteckt in so einer Flussbiegung. Nicht Düsseldorf. Und da haben die gesagt, diese Menschen, die hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so kann man das nicht sagen. Das ist ja mein Liebstes. Wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen. Wo man es gerade so gesagt hat. Damals hat sich Franz Müntefering sehr hervorgetan. Franz Müntefering, das war der letzte große alte Sozialdemokrat. Den haben sie auf den alten Teil geschoben. Wobei, so alt ist das Teil eigentlich gar nicht. Ja, ich traue dem Brat noch überhaupt nicht. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Den Münte waren wir schon mal los. Ich bin da überhaupt nicht beruhigt. Das ist doch so ein politisch Untoter. Das ist wie Merz und Klement. Das sind Leute, die kommen immer wieder. Bei Münte bin ich jetzt beruhigt, wenn am Schluss einer mit so einem Holzflock. Der Münte, der Münte, der hat doch seine Vision doch gar nicht verwirklicht. Der Münte hat doch wie kein anderer in der SPD für die Agenda 2010 gekämpft. Und die SPD ist da erst auf 20%. Und es heißt doch Agenda 2010. Da ist doch noch was zu tun. In manchen Landesverbänden haben sie es ja schon geschafft. Hier die Sachsen, immer vorne mit dabei. Die Sachsen haben, die sächsische SPD, haben in der letzten Land, das war zum zweiten Mal hintereinander stabil, 10% geholt. Voll konsolidiert, immer knapp vor der NPD. Und auch Thüringen, der SPD-Vorsitzende in Thüringen, ich muss mir inzwischen immer so Eselsbrücken bauen, um mir die ganzen Namen noch merken zu können, der in Thüringen, der heißt so wie das, was in seinem Kopf rumschwabbelt. Matschi, genau, ja, Matschi. Sehen Sie, funktioniert. Und Christoph Matschi, der hat in Thüringen für die SPD 17% geholt bei der letzten Landtagswahl und hat dann gesagt, er macht eine Koalition mit der 27% starke Linkspartei, nur wenn keiner von der Linkspartei Ministerpräsident wird, sondern er. Das ist ja eine alte demokratische Geflogenheit. Die Letzten sollen die Ersten sein. Und das Allerschönste ist, haben Sie das überhaupt mitbekommen, die Linkspartei in Thüringen hat gesagt, okay, dann machen wir das so. Wir verzichten doch auf den Ministerpräsidenten zu stellen. Es muss unbedingt der Matschi sein, aber wir können uns auf den anderen einigen, es muss keiner von der Linkspartei Ministerpräsident werden. Die haben gesagt, es geht uns nicht darum, den Ministerpräsidenten zu stellen, wir wollen wirklich eine andere Politik. Und da hat der Matschi gesagt, dann erst recht nicht. Das könnt ihr komplett vergessen. Ja, das sind diese Teile der SPD, die sind so komplett Hohlraum versiegelt, da kann man doch gar nichts mehr machen. Und der Anführer war immer der Münte. Und der Münte, der hat die Hartz-IV-Gesetze in der Bundestagsfraktion damals durchgeboxt, unter anderem mit dem Satz, es gibt in allen Spruchen der SPD, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Ja, boah, ne? Sehen Sie, das hat der Westerwelle sich nicht getraut, der feige Sack. Hier, dieses verschwurbelte spätrömische Dekadenz. Nein, nein, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Das ist die Originalversion. Das ist die Hardcore-Version. Ja, ja. Der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die immer schon offen gestanden haben. Zu mir hat der Mann noch nie Mut besessen. Der Münte, der hat das richtig drauf. Der Münte hat natürlich recht, das ist ein alter Spruch aus der SPD, wissen wir alle. Der Spruch ist uralt, der stand aus einer Zeit. Da stand über der Parteizentrale der SPD noch Arbeit macht frei. Das ist klassisches nationalsozialistisches Gedankengut. Wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Es gibt Leute, die sind da drin aufgewachsen, die kriegen das auch nicht wieder aus dem Kopf. Das ist, ja, dann müssen Sie jetzt auch, um sowas zu vertreten, müssen Sie ja gar nicht so ganz recht sein oder so ein hässlicher Ministerpräsident. Ja, ich weiß, mit dem Aussehen muss man, aber es gibt auch so Fälle, da ist es so furchtbar. Sehen Sie, so Typen wie Roland Koch und Thilo Sarrazin, da kommt man doch nicht drum rum. Das ist doch, Thilo Sarrazin kennen Sie, dieser SPD-Mann, der den Hartz-IV-Empfängern immer die Tipps gibt. Wenn Ihnen kalt wäre, sollen Sie nicht die Heizung auftreten, sondern Pullover anziehen. Jetzt hat er gesagt, Sie sollen kalt duschen, um Geld zu sparen. Warmduscher hätten es noch nie weit gebracht in diesem Land, sagt ein Mann, der schon als Kind so heiß gebadet worden ist. Wenn ich, ja, sagt man noch Gesicht bei sowas, ich weiß es nicht. Wenn ich Thilo Sarrazin und Roland Koch sehe, frage ich mich jedes Mal, warum muss die Ästhetik der Gedanken so entsprechend sein, aber es ist ja auch, aber Roland Koch hat das da auch gesagt mit den Hartz-IV-Empfängern, Monate vor dem Westerwelle, da hat er gesagt, die Hartz-IV-Empfänger haben Sie angenehm eingerichtet in Ihrem Leben, ist ja alles wunderbar, der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die schon offen stehen. Mehr traut er sich doch ja nicht. Das ist doch der Witz an der ganzen Sache. Und der Münte, der Münte, der hat, der Münte hat damals an demselben Abend, in der selben Tagesschau, in der wir die Unterschicht entdeckt hatten, da hat er gesagt, es gibt keine Schichten in Deutschland. Da war das Thema für den Durch. Der Münte liegt nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag, der spricht nur eine ganz eigene Sprache, das haben Sie aber bestimmt schon mal gehört, der Kauderwelsch. Der hat gesagt, ich sage nicht Unterschicht, denn es ist diskriminierend, ich sage Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Und das ist elegant formuliert. Sehen Sie, so wollen wir das haben, das ist der politische Diskurs, wie wir ihn führen wollen. Wir sagen nicht mehr Idioten, wir sagen bildungsferne Schichten. Da steckt das Woche Bildung noch drin, man kann mal winken von Weitem. Das ist eine schöne Sache. Wir sagen demnächst auch nicht mehr Arme, wir sagen einkommensferne Schichten. Kennst du das neue Wort für anständig? Schweiz fern. Okay, der war von mir, aber hier ist noch ein ganz neuer. Den hat mir ein Sozialarbeiter geschickt, ich kriege viele Mails. Herr Bisper schrieb der, das interessiert Sie vielleicht. Wir sagen nicht mehr verhaltensauffällige Kinder, wir sagen verhaltensoriginelle Kinder. Und schöner kann Magido Westerwelle wirklich nie beschreiben, meine Damen und Herren. Der Westerwelle hat etwas geschafft, das hat natürlich noch keiner vor ihm geschafft, muss man mal fairerweise dabei sagen. Der Westerwelle hat es geschafft, im Amt des Bundesaußenministers etwas unbeliebter zu werden, als er vorher war. Das hat noch nie ein Politiker geschafft. Alle sind als Außenminister automatisch immer beliebter geworden. Nur der Westerwelle, der ist mit dem Beliebtheitswert eines Blinddarms gestartet. Er hat den Fußpilz längst hinter sich gelassen. Das ist eine Leistung, die können Sie ihm nicht mehr nehmen, er wird da mit Ihnen die Annalen eingehen, das lässt Sie nicht verhindern. Ich glaube, das Wort müssen Sie nochmal nachschlagen. Man kann dem Westerwelle auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Sehen Sie, der Mann redet da von spätrömischer Dekadenz, woher soll der wissen, was das ist? Bitte, das muss man auch mal berücksichtigen, der Hintergrund. Der Westerwelle hat Jura studiert, woher soll der irgendwas wissen? Jura, das kann jeder studieren. Da gibt es keinen NC, da gibt es keine Zulassungsbeschränkungen, da kann jeder rein, der durch die Tür auf zwei Beinen gehen kann. Das ist das alte Sprichwort, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Und es ist bei Westerwelle auch keine Frage von spätrömischer Dekadenz, sondern von frühliberaler Demenz. Das ist das Problem von Westerwelle. Ja, unser Vizekanz nicht. Inhaltlich haben Sie ihn gar nicht kritisiert, das war das Verrücktes an der ganzen Diskussion, oder? Die Kanzlerin hat sich inhaltlich nicht von Westerwelle distanziert. Die Kanzlerin hat nur gesagt, das ist nicht mein Duktus. Das können Sie dann zusammen mit Annalen nachschlagen. Das ist nicht mein Duktus, auf Deutsch, ich hätte es anders gesagt. Also es kommt eben auch darauf an, wie man es sagt. Was man sagt, ist inzwischen gar nicht mehr so wichtig, sondern wie man es sagt. Die Form ist in Deutschland immer wichtiger als der Inhalt. Ich habe mir das jetzt auch sagen lassen. Ich sage seit Jahren mit Begeisterung immer Arschloch. Und man hat mir jetzt mehrfach gesagt, ich soll das nicht mehr tun. Das wäre wirklich nicht. Ich meine, es gibt die Leute ja nun mal. Und ich habe auch keinen richtig guten Ausdruck stattdessen gefunden. Aber ich experimentiere jetzt ein bisschen rum. Jetzt sage ich im Moment immer, Sie unappetitliche Körperöffnung, Sie. Ja, es hat nicht dieselbe Kraft, aber man gewöhnt sich vielleicht auch dran. Man gewöhnt sich ja an vieles. Wir haben uns an viele Begriffe gewöhnt, die wir erst völlig verrückt fanden. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Wenn man ein bisschen wartet, fangen immer einige Frauen an zu nicken und zu grinsen. Und die Hausfrauen Halter, die moppern so ein bisschen vor sich hin. Kann man so nicht sagen. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und deshalb sagen wir jetzt auch nicht mehr raffgieriges, asoziales Pakt. Wir sagen Spitzenmanager. Und für die Unterschiede gibt es einen Ausdruck, der ist völlig neu. Das ist das Prekariat. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck, den müssen Sie lernen. Prekariat muss man sagen, damit diese Menschen nicht merken, wenn wir über sie sprechen. Sonst ist ja diskriminierend. Jedenfalls, diese Leute, die wirklich nichts haben, die jammern doch gar nicht, oder? Hören Sie die Hartz-IV-Empfänger jammern? Da vergibt es 6 Millionen in Deutschland inzwischen. Die hören Sie überhaupt nicht, ne? Die sind ganz ruhig. Die haben sich abgefunden mit ihrem Elend. In ihrem Schicksal. Die Hartz-IV-Empfänger haben inzwischen auch begriffen, um die geht es hier nicht in diesem Land. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Die könnten hier was auf die Beine stellen. Was meinen Sie, wenn die hier permanent demonstrieren? 6 Millionen Leute, die hier jeden Tag Demonstrationen abhalten. Wissen Sie, was dann los wäre? Da hätten sie Verkehrsbehinderungen. Da sehnen sie sich nach der Vulkanasche zurück. Aber diese Leute sind ruhig. Die Kinder von diesen Leuten wachsen auf und sagen schon mit 10 Jahren, ich werde Hartz-IV. Da ist das Leben schon vorbei, bevor es angefangen hat. Und jetzt hat unsere neue Arbeitsministerin, Frau von der Leyen, gesagt, sie fände Hartz-IV-Begriff so negativ besetzt, sie will da jetzt einen neuen Ausdruck für finden. Also nicht die Situation der Leute verbessern, sondern es netter nennen. Und sie hat eine Findungskommission. Die suchen jetzt einen neuen Begriff. Wahrscheinlich kriegen sie demnächst Uschi 2. Aber diese Leute demonstrieren nicht, die sind ruhig, die gehen noch nicht mehr wählen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wir haben noch 70% Wahlbeteiligung gehabt bei der letzten Bundestagswahl. 70%. Das untere Drittel geht nicht mehr wählen. Warum denn auch? Warum sollen diese Leute wählen gehen? Wozwischen sollen die sich denn entscheiden? Bei der letzten Bundestagswahl hatte die FDP gesagt, wir machen keine Ampel. Die Grünen haben gesagt, wir machen kein Jamaika. Und die SPD hatte gesagt, wir machen keine Koalition mit der Linkspartei. Es konnte also nur Schwarz-Gelb geben oder weiter Schwarz-Rot. Das stand zur Wahl bei der letzten Bundestagswahl. Bitte, warum soll ein Hartz-IV-Empfänger sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden? Erklären Sie mir das mal. Wollen Sie jetzt Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Was macht das denn für den Hartz-IV-Empfänger für den Unterschied? Was wollen Sie einem Hartz-IV-Empfänger Angst vor Schwarz-Gelb machen? Rot-Grün hat doch diese ganzen Gesetze gemacht. Was kann der Westwelle den denn noch wegnehmen, Hartz-IV-Empfänger? Nix. Die SPD hat den doch schon alles weggenommen. Diese Leute haben sie abgefunden. Nein, jammern tun in Deutschland die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf was verzichten zu müssen. Die jammern ja traditionell in allen Zeitungen. Der Spitzenstaat ist immer noch zu hoch. Das ist aber auch wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann und Dieter Bohlen zu kaufen. Aber das Thema Steuer und Deutsche, das passt einfach nicht zusammen. Sie können das vergessen. Der Deutsche fühlt sich grundsätzlich ausgezogen von seinem eigenen Staat. Hat er wieder Bild-Zeitung gelesen. Dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn darin einwickelt. Die machen immer... Die machen immer Kampagnen, immer Kampagnen für den kleinen Mann. Ja, ja, Bild kämpft für sie. Ja, Bild kämpft für den kleinen Mann. Und da kommen die Schlagzeile, die Staatsquote. Wie der Staat uns alle ausnimmt. Jetzt hier, wir sind wieder Europas Deppen. Für alles Geld, dann nur nicht für Steuersenkungen. Ja, ja, die Steuern müssen gesenkt werden. Wann senkt ihr ähnliche Steuern? Der Deutsche ist besessen von Steuersenkungen. Selbst Leute, die gar keine Steuern zahlen. Sind der Mann und die Steuern müssen gesenkt werden. Und bei der letzten Bundestagswahl haben die Deutschen ernst gemacht. 15% der Deutschen haben die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Und die FDP ist dran gekommen. Und sie hat Wort gehalten. Sie hat die Steuern gesenkt. Und ist bei den Umfragen auf 8% abgestürzt. Was ist denn da passiert? Kann ich Ihnen sagen. Die Hälfte der FDP-Wähler hat begriffen, Scheiße, ich hab gar kein Hotel. Wobei natürlich eine schöne Idee, den armen Hotels eine Milliarde Euro im Jahr zu schenken. Ist ja nicht einmalig. Ist ja jedes Jahr jetzt. Wir schenken den Hotels jetzt jedes Jahr eine Milliarde Euro. Wenn wir das Geld hätten, wäre das noch schöner. Wir haben das Geld aber nicht. Wir müssen uns das leihen. Wo leihen wir uns das denn wohl? Ja, bei den Griechen bestimmt nicht. Wo leihen wir uns das Geld? Ja, bei denen, die Geld haben. Wer hat denn Geld? Ja, zum Beispiel die Hotelbesitzer. Sehen Sie, jemand, der der FDP 1,1 Millionen Euro spenden kann, und der CSU 900.000 Euro spenden kann, um diese Steuererleichterung zu bekommen, der hat doch Geld genug, um Staatsanleihen zu kaufen und Bundesschatzbriefe. Also von den Reichen leihen wir uns das Geld. Sehen Sie, das ist ja dieser Typ da von Möwen-Fick da. Äh, Pick, Pick. Das ist ein bisschen blöd. Der heißt Fink und ist von Pick. Das ist... Ja, man kommt da schnell durcheinander. Baron von Fink und das ist Möwen-Pick. Es gibt Namen, da muss man sie unheimlich konzentrieren. Zum Beispiel diese ehemalige Bischof Walter Mixer. Ja, das sind Namen, die darf man nicht nach Gefühl aussprechen. Da muss man... Da muss man voll konzentriert... Von Baron von Fink, von Möwen-Pick und seinen Kumpels in Hoteliers leihen wir uns praktisch die eine Milliarde Euro und dann schenken wir denen die. Das ist eine schöne Idee, oder? Das Blöde ist, wir zahlen denen auf das Geschenk noch Zinsen. Und von den Zinsen machen die dann die nächste Spende an die FDP. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns hier bewegen, meine Damen und Herren. Wer hat hier was von Steuersenkungen? In diesem Land haben 6 Millionen Menschen eine volle Stelle. Die verdienen so wenig Geld, die zahlen überhaupt keine Steuern. So wenig verdienen die für eine volle Stelle. Dazu kommen noch die 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Das sind schon mal 12 Millionen, die haben von Steuersenkungen überhaupt nichts. Dann nehmen wir doch das berühmte kleine Gehalt. Wie sagt der Westerwelle? Man muss doch noch sagen dürfen, dass jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, mehr Geld haben muss, als jemand, der nicht arbeiten geht. Ja, Herr Westerwelle, natürlich darf man das sagen. Wer hat denn jemals das Gegenteil behauptet? Haben Sie überhaupt schon mal versucht, eine Tür zu öffnen, die nicht schon aufgestanden hat? Was soll der Scheiß? Nicht mal ein Hartz-IV-Empfänger würde doch verlangen, dass er genauso viel Geld bekommt, als auch jemand, der arbeiten geht. Darum geht es doch nicht. Die Frage ist doch, wie der Unterschied herzustellen ist. Die Hartz-IV-Empfänger bekommen im Augenblick Existenzminimum. Hat das Bundesverfassungsgericht offiziell festgestellt. So, wenn das das Existenzminimum ist und Sie wollen einen Unterschied zu denen herstellen, die Arbeit haben, dann müssen Sie doch die Leute, die arbeiten gehen, endlich wieder anständig bezahlen. Oder wie soll das sonst funktionieren mit dem Unterschied? Und das ist genau das, was der Weste, weil er diesen Menschen verweigert, nämlich den Mindestlohn. Das wäre anständig. Ja, klar. Ich weiß auch... Ich weiß auch ehrlich nicht, was es beim Thema Mindestlohn überhaupt noch zu diskutieren gibt. Ja, entschuldigen Sie bitte mal. Ich sage Ihnen gerne, was ich unter Mindestlohn verstehe. Und am Mindestlohn verstehe ich einen Mensch, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht und sich dabei Mühe gibt. Der muss von dem Geld, was er da verdient, auch leben können. Und zwar hier und nicht in Bangladesch. So. Und das ist keine Frage des ökonomischen Sachverstandes. Das ist eine Frage des letzten Restes menschlichen Anstandes in einer Überflussgesellschaft. Da gibt es nichts zu diskutieren. Entweder Sie sind für einen Mindestlohn oder Sie sind eine sehr unappetitliche Körperöffnung. Und wer Ihnen erzählt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze, ist auch eine extrem bescheuerte, unappetitliche Körperöffnung. Von Steuersenkungen profitieren die kleinen Leute überhaupt nicht. Nehmen Sie das kleine Gehalt, 1800 Euro brutto. So klein ist es inzwischen schon gar nicht mehr. 800 Euro brutto. Davon zahlen Sie als Single in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Wenn Sie diesen Menschen die Steuern um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, hätte der 19 Euro im Monat mehr, oder? Da würde der die Konjunktur derart ankurbeln. Parallel würde noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung aufbauen. Beim letzten Konjunkturpaket haben Sie ihm die Steuern um 1% gesenkt. Da weiß er gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hilfe! Vermögensberater, ich weiß nicht weiter. Aber keine Sorge, die Krankenkassen werden Ihnen Vorschläge unterbreiten. Die paar Euro, die bei den kleinen Gehältern der Steuersenkungen überbleiben, sind bis jetzt immer wieder gegenfinanziert worden und abgegriffen worden. Wissen Sie noch, als Sie das Begrüßungsgeld beim Arzt eingeführt haben? Von Steuersenkungen profitieren die Besserverdiener. Und denen müssen wir die Steuern nicht senken, weil die organisieren sich das selber. Da haben die extra Leute für. Das sind die sogenannten Steuerhinterziehungsberater. Die machen das ja alles. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert, diesen armen, verfolgten Menschen zu helfen. Ja, die Schweiz, auf den ersten Blick ein harmloses, kleines Land. Aber hinter diesen Bergen kann man unglaubliche Dinge verstecken. Und das macht die Schweiz nicht zunutze. Ich meine, die Schweiz ist natürlich auch in einer Situation, die haben ja sonst nichts. Was haben die denn? Die haben ja keine Rohstoffe, gar nichts. Die haben Berge, ja, wollen sie Geröll verkaufen, das bringt ja nichts. Aber sie nutzen ihre Möglichkeiten, indem sie begriffen haben, die Schweiz ist durch die ganzen Berge genauso unzugänglich wie Afghanistan. Deshalb ist die Schweiz seit Hunderten von Jahren nicht mehr angegriffen worden. Sie kommen da überhaupt nicht rein mit Panzern. Und daraus haben die ein Geschäftsmodell entwickelt und verstecken seit Menschengedenken das geklaute Geld der Verbrecher aller Welt in der Schweiz bei ihren Bergen da. und verwalten das da. Und das Geschäftsmodell funktioniert wunderbar, das ist sehr einträglich. 4.000 Milliarden Euro ausländischer Gelder liegen in der Schweiz. 4.000 Milliarden! Warum ist das Geld in der Schweiz, wenn es nicht illegal ist? Schwarzgeld-Konten, wer hat's erfunden? Sie wissen es auch. Warum soll man sonst sein Geld in die Schweiz bringen? Wegen der guten Luft? Oder hoffen sie, dass die Rendite höher ist, weil die Berge da höher sind? Na, dann müssen sie eine Bank im Hindukusch suchen. Nein! Das ist Schwarzgeld und es ist Verbrechergeld und die Schweizer machen das seit Generationen zuverlässig. Schon die Nazis haben ihr Gold in die Schweiz gebracht, aus Sicherheitsgründen. Und die Schweizer stellen auch keine blöden Fragen. Sehen Sie, die Schweizer, die haben diese jüdischen Konten 40 Jahre nach dem Krieg sauber weitergeführt. Die haben nie blöd gefragt, warum kommt da nie wieder einer? Solange man die Kontoführungsgebühr noch abbuchen kann, wird das Konto ordentlich weitergeführt. Und diese Form von Zuverlässigkeit und Diskretion wird geschätzt, weltweit, von lateinamerikanischen Drogenbaronen, genauso wie von Blutdiamant-Händlern in Afrika, von Opiumhändlern in Asien, natürlich, genau wie von der Mafia, von Bokassai, Idi Amin, Gaddafi, Khomeini, alle hatten sie immer ihre Gelder in der Schweiz. Auch Al-Qaida hat natürlich nur mal ein Konto in der Schweiz, sicher. Die müssen die Waffentransfers ja auch irgendwie abwickeln. Ja, Sie gucken, so glauben Sie immer noch, die Taliban häkeln sich die Raketen selber. Und die Schweizer sind da stolz drauf. Die stehen auch offen zu. Da leiten hier ihren ganzen Namen von ab. Helvetia ist ja von Helerei abgeleitet. Und jetzt kommt da so ein super Verbrecher und klaut denen da die Kontodaten und macht denen das Geschäftsmodell kaputt. Da wäre ich ja auch sauer anstelle in der Schweiz. Ich meine, für uns war es nicht schlecht. Diese Daten-CD war ja großartiger Erfolg. Wann ist eine CD schon vor der Veröffentlichung so wirksam gewesen? Großartig. 10.000 Leute hatten sich schon angezeigt, selber angezeigt, bevor die CD überhaupt gekauft worden war. Da sehen Sie immer die Eitelkeit dieser Menschen, dass die alle geglaubt haben, dass sie auf dieser einen CD vorkommen. Unglaublich. Ich habe sofort gesagt, ich habe sofort gesagt, hätten die gar nicht mehr kaufen sollen, das Geld hätten wir uns schenken können. Man hätte nur noch alle paar Wochen einfach nur veröffentlichen müssen. Da ist wieder eine CD im Angebot. Diesmal von der Bank so und so Buchstabe A bis F. Melden Sie an Schalter C, bitte nicht drängeln. Und dann kann man mal gucken, wer Nerven hatte, wer nicht, meine Damen und Herren. Und die Baden-Württemberger waren noch konsequent. Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte auch eine CD angeboten bekommen mit Steuerdaten. Hat dann gesagt, wir kaufen das nicht. Das war ganz konsequent. Die FDP hat gesagt, wir geben doch kein Geld aus, um unsere eigenen Mitgliederlisten zu kaufen. Das ist ja ein völliger Blödsinn. Die Schweizer sind natürlich wirklich sauer und die Bundespräsidentin der Schweiz hat dann auch gesagt, das wären geklaute Daten. Das wäre ja Diebstahl. Und sie hat dann gesagt, wer solche Daten kauft, das wäre geradezu Handel mit Kriminellen. Und das dürfen sie nicht. Da hat die Schweiz ein Patent drauf. Aber das Thema Deutsch und Steuern, das ist der... Da kommt der Bund der Steuerzahler auch noch und veröffentlicht jedes Jahr den Tag des Steuerzahlers. Und da stehen die Menschen wieder vor mir. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten? Nee, da gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Hallo, wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Ja, zum Glück, mit dem Papst ist ja kein Staat zu machen. Wir sind der Staat. Der Finanzminister frisst die Steuergelder doch nicht persönlich auf. Gut, bei den Landesbanken wird schon mal was geschreddert. Aber das meiste verbrauchen Sie immer noch selber. Jeden Tag verbrauchen Sie Steuergelder. Fast alle Ihre Freizeitvergnügungen kosten Steuergelder. Städtische Theater zum Beispiel. Jede Eintrittsgarte in städtischen Theatern, es wird 50 Euro pro Sitzplatz subventioniert. Wenn Sie 1200 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie davon 49 Euro Steuern. Gehen Sie einmal im Monat ins Theater, haben Sie die Kohle wieder raus. Das sind Steuern. Jetzt wissen Sie auch, warum Lehrer so oft ins Theater müssen. Wenn Sie Theater blöd finden, können Sie einen ganzen Tag Straßenbahn, Bus oder U-Bahn fahren oder was Ihnen da zur Verfügung steht. Oder glauben Sie etwa, das bezahlt sich durch die Tickets, die Sie da lösen. Wovon träumen Sie eigentlich alle immer nachts? Das sind doch Milliarden Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die nie wieder reinkommen. Das musste erst mal investiert werden. Ihre Tickets decken nicht mal die laufenden Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Was glauben Sie denn, was die in Köln demnächst für die U-Bahn-Tickets nehmen müssten? Und die Stadt Köln gehört auch noch zu den weitblickenden Kommunen. Ja sicher, Sie wissen doch, die Kommunen nach der Westfalen sind doch alle vor dem Aus. Der Pleitegeierkreis doch überall. Wuppertal hat schon angefangen. Schwimmbäder geschlossen, Bibliotheken geschlossen. Spätestens nächstes Jahr wird 80% der deutschen Kommunen die griechische Fahne hissen. Warten Sie es ab. Und die Kölner haben gesagt, dann machen wir es eben ein bisschen vorausschauend, wenn wir die Schwimmbäder schließen müssen demnächst. Dann legen wir schon mal innerstädtisch ein paar schöne Baggerseen an. Das ist da für jeden frei zugänglich. Und das wird ein Riesenspaß, das wird eine Attraktion, das wird ein Abenteuer. Spaßbar, da können Sie durch Tunnel schwimmen, das wird großartig. Überlegst du einmal so am Stadtarchiv vorbeischwimmen. Da hinten schwimmt so eine alte Urkunde neben Ihnen, das ist doch großartig. Wie immer natürlich, wenn Sie eine ganz furchtbare Katastrophe die Deutschen erschüttert, dann ist es ja ein Einzeltäter. Da haben wir uns ja auch dran gewöhnt, das ist ja unser grausames Schicksal. Schon der Zweite Weltkrieg, da haben sich ja die meisten Menschen hinterher gefragt, wie hat dieser eine Mann all dieses Elend über uns bringen können. Die berühmte Einzel- das war ja der mit dem einen Schnäuze da. Also der hat ja Dinge gemacht, das ist die Einzeltätertheorie in Deutschland. In Köln war es auch ein Einzeltäter, ein einzelner Polier, haben Sie ja gelesen. Ein einzelner Polier hat 86% aller Eisenträger, die da verbaut werden sollen, hat er persönlich von der Baustelle geschafft. Ein fleißiger Mann. In der DDR wäre das der Held der Arbeit gewesen. Der hat immer, wenn keiner geguckt hat, hat er wieder so einen Eisenträger von der Baustelle gestellt. Tag und Nacht war der unterwegs und der hat ja nicht nur in Köln geklaut, der war auch noch tagsüber auf der Neubaustrecke München-Nürnberg, war der auch noch unterwegs. Unglaublich, der Mann hat eine Spezialausbildung, der arbeitet ja auch bei Langfinger und Berger. Und ich habe überlegt, wenn die jetzt die Fundamente beim Kölner U-Bahnbau noch mal ganz neu gießen müssen, sollte man sich vielleicht mal ein paar Leute erkundigen, die sie mit Fundamenten auch wirklich auskennen. Die Mafia zum Beispiel. Die verfügt da aber ein Know-how. Ich glaube, die können Fundamente viel sicherer gießen. Man muss da, glaube ich, auch mal so ein paar wichtige Leute mit einbinden. Ja, ich bin der feste Überzeugung, so ein ehemaliger Oberstadtdirektor gibt es in dem Fundament einen ganz anderen Halt. Und wenn Sie dann vielleicht noch so einen von der Baufirma oder einen Investmentbäcker zur Bewährung mit einarbeiten, dann wäre das. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr sind gigantisch. Und natürlich brauchen wir dafür Steuergelder. Als die Verkehrsbetriebe Berlin den letzten großen Streik hatten, hat die Stadt Berlin am Tag eine Million Euro Steuergelder gespart. Am Tag. Die haben gesagt, können wir noch ein bisschen streiken, wir sind so klamm in Berlin. Man hätte Berlin entschulden können, wenn die lange noch gestreikt hätten. Ja, das hätte 600 Jahre gedauert, aber man muss doch mal anfangen. Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden jedes Jahr nach wie vor 80 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Wir könnten hier dreimal im Jahr Griechenland retten, wenn allein schon die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu bereden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten, meine Damen und Herren. Aber bei uns werden ja nicht die Reichen gejagt. Nein, der Deutsche hat noch nie Krieg gegen die Paläste geführt. Wir führen Krieg gegen die Hütten. Das ist das, wo der Mut so reicht in Deutschland. Das ist unsere Spezialität. Wir trampeln immer auf denen rum, die eh schon so am Boden liegen, dass sie nie mehr wehren können. Das ist die Tradition in diesem Land. Und das ist die zweite Kampagne der Bild-Zeitung. Florida Rolf. Oder hier jetzt, Arno Düvel, der faulste Arbeiterste in Deutschland. Da wird darauf rumgetrampelt, da wird sich die Manege gezerrt. Und das ist die Methode Deutschlands, meine Damen und Herren. Ja klar, wenn Sie im Land des brutals möglichen Aufklärers Roland Koch als Finanzbeamter ein paar Reichen zu sehr auf die Füße treten, dann werden Sie für bekloppt erklärt. Sie kriegen keine Belohnung, Sie werden für bekloppt erklärt. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Nein, die haben diese vier Leute zum Psychiater geschickt. Und haben die berufsunfähig schreiben lassen. Querulanten wären das. Wenn die permanent Reiche prüfen wollten, hätten die Hartz-IV-Empfänger gejagt, dann wären die belobigt worden. Das ist Deutschland. Das haben wir drauf, meine Damen und Herren. Das ist die deutsche Leitkultur. Nach oben buckeln und nach unten treten. Und das hat Tradition. Und das bedient der Westerwelle auch. Die Wut der Menschen, die für ihre Arbeit zu schlecht bezahlt werden, wird bei uns nie auf die gelenkt, die ihnen den gerechten Lohn vorenthalten. Die Wut dieser Menschen wird immer gelenkt auf die, die überhaupt nichts haben, die eh schon im Dreck sitzen. Das ist die Methode Deutschland, das ist die Methode Westerwelle, aber auch die Methode der SPD. Die SPD hat sich da immer noch beteiligt. Ja klar, wenn ich arbeite, brauche ich Essen. Oder soziale Hängematte, den Begriff war Willy Brandt mal eingeführt. Darf ich mal Helmut Schmidt zitieren, unseren alten Weltökognom? 1980 als Bundeskanzler, Helmut Schmidt wörtlich. Das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Ja, die Unterschicht ist überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen die jetzt nicht die Pensionen der Politiker. Das ist in der Form von Unterschicht aber keine Überversorgung. Man kann auf verschiedene Arten mindermittelt sein. Ich meine, wir leisten uns ja nun mehrere Ministerpräsidenten aus dem intellektuellen Prekariat. Aber das ist keine Überversorgung. Auch die Gehälter von Spitzenmanagern, das ist doch keine Überversorgung. Das ist doch leistungsgerechte Bezahlung. Das ist doch freie Wirtschaft. In der freien Wirtschaft wird immer noch Leistung bezahlt. Das wissen Sie doch. Deshalb muss doch alles privatisiert werden. Die Beamten kriegen ihr Geld ja einfach so. Aber in der freien Wirtschaft, da wird immer noch Leistung bezahlt. Wenn der Ruhrkohle AG-Konzern, wenn die RAG, der Landtagspräsident der Frau van Dinter für sechs Stunden Arbeit 30.000 Euro bezahlt, dann ist das leistungsbezogen. Da hat die was geleistet. Sie wissen heute nicht was. Sie weiß das wahrscheinlich selber nicht. Aber es wird schon was sein. Das sind Stundenlöhne. Da sitzen edel Callgirls da und fragen sich, was hat die drauf, was ich nicht habe. Freie Wirtschaft, immer leistungsbezogen. Auch die wahnsinnigen Prämien, wo Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat. Hat er ja nicht. Er kriegt es ja einfach nur. Aber es ist leistungsbezogen. Ja klar, das haben die da erklärt. Die haben das im Ackermann-Prozess damals vor Gericht erklärt. Der Ackermann-Prozess, der ist doch sogar noch mal wiederholt worden. Wegen des großen Erfolges in Düsseldorf. Die waren so scharf damals, wissen Sie noch? Die sind in die Revision gegangen. Wir kriegen die dran, wir kriegen die dran. Und mit in dem zweiten Prozess war dann plötzlich wieder Schluss. Und dann sieht man, wir leben doch in einem Rechtsstaat. Ist das nicht beruhigend? Wir leben in einem Rechtsstaat, wenn Sie Geld genug haben, um vernünftige Anwälte bezahlen zu können. Dann leben Sie im Rechtsstaat. Denn es ist so, Sie haben das Recht auf angemessene Vertretung auch im Revisionsverfahren. Und die beiden Spitzenanwälte, die Ackermann und Esser rausgeboxt hatten in der ersten Instanz, hatten gar keine Zeit für den zweiten Prozess. Hatte keiner mit der Revision gerechnet. Diese beiden Leute waren schon weg, engagiert in München bei Siemens zu dem Zeitpunkt. Und es gibt nur ganz wenige Anwälte in Deutschland, die auf diese Form von Organisiertem, also die jetzt spezialisiert sind, um in so einer Situation... Der Prozess muss jetzt zu Ende gebracht werden, irgendwie. Und dann werden die Juristen plötzlich unglaublich kreativ. Haben die den zehnten Teil aus der Bibel wieder eingeführt? Haben Sie das mitbekommen? Einfach so pauschal, der Esser von Mannesmann, der hat zehn Prozent von seiner Beute, äh Prämie, sagt man. Hatte ja 15 Millionen Euro Prämie bekommen, davon hat er zehn Prozent Strafe bezahlt. 1,5 Millionen Euro Strafe hat der Esser bezahlt von Mannesmann. Davon hätte er sich eine komplette FDP kaufen können, überlegen Sie mal. Nur, was tun Sie auch damit? Das ist ja die Frage. Ja, Sie dürfen ja nicht zu Hause an der Wand hängen, sonst würden wir ja mal zusammenschmeißen. Die Juristen können sehr kreativ sein, ja. Es gibt ja auch Situationen, wo man sofort ahnt, worauf es hinausläuft. Sie wissen, die erste Daten-CD vor zwei Jahren, da hatten Sie einen am Winkel, am Winkel, am Zumwinkel. Da habe ich sofort gesagt, den können die gar nicht einsperren. Nein, der Zumwinkel, der hat eine Rente von 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Wir hatten damals schon Wirtschaftskrise. Ich bitte Sie. Der meinte, sein zweibändiges Konjunkturprogramm, den können Sie doch noch nicht wegsperren. Die Kohle hätte er im Knast niemals ausgeben können. Das können Sie vergessen. So für Drogen können die Wärter nicht ranschaffen. Und der Zumwinkel hatte eine schöne Idee, da muss man auch mal neidlos anerkennen können. Der Zumwinkel, der Zumwinkel hat sich seine Rente 20 Jahre lang im Voraus auszahlen lassen. Auf einen Schlag. Ja, der hat gesagt, ich bin jetzt 65, ich schätze, ich werde 85, geht mit 20 Millionen, dann sind wir quitt. Wenn ich länger lebe, ist mein Problem. Auf die Idee hätten Sie ja auch mal kommen können. Nur wenn Sie jetzt natürlich zur Renteneinstalt laufen und sagen, hören Sie mal, dann sagen die, da war schon einer. Vergiss das mal. Wobei, wir wollen fair bleiben, der Zumwinkel ist ja nicht mehr der Renteneinstalt. Der liegt ja nicht im Sozialversicherungssystem auf der Tasche. Der Zumwinkel hat eine Betriebsrente von der Post. Das ist eine kleine Standardbetriebsrente von der Post, das haben die da alle. Und das zahlen Sie als Postkunde, zahlen Sie das direkt. Wohlfahrtsmarken, kennen Sie doch alle. An der Rente von Zumwinkel werden Sie noch lange lecken, das kann ich jetzt schon sagen. Es ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen, weil der Zumwinkel, der wäre ja wirklich eingesperrt worden, aber er hatte dann am Ende doch zu wenig Steuern hinterzogen. Nein, er hatte sogar genug Steuern hinterzogen, aber im falschen Zeitraum. Es war ganz, ganz kompliziert. Sie müssen bei der Steuerhinterziehung Fristen einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Land. Mich hat das mit den 10% sehr fasziniert. Ich habe überlegt, wir müssen die Strafverfolgung mal völlig auf neue Beine stellen. Da ist ja vieles total aus dem Ruder gelaufen. Heute ist die Strafverfolgung in sich oft teurer, als was Sie bei der Straftat da an Schaden eingerichtet haben. Nehmen Sie Banküberfall. Was können Sie heute aus einer normalen Bankfiliale auf einen Schlag noch rausholen? Ich weiß nicht, wann Sie das zuletzt versucht haben. Wir haben doch kein Panzerglas mehr. Alles ist doch offen in den Banken inzwischen, seit Jahren. Offene Schalter und dann diese Aufkleber. Unsere Tresor sind Zeitschloss gesichert. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja keinen Einfluss drauf. Wenn Sie größere Beträge abheben wollen, müssen Sie davor Bescheid sagen. Das ist für einen Banküberfall extrem unpraktisch. Ich gehe auch so nicht mehr gern zur Bank, ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Schon seit anderthalb Jahren, seitdem die Krise angefangen hat. Ich habe immer Angst, dass ich reinkomme und die sagen, heute ist ungünstig. Es wird der Tag kommen, da steht so ein Schnösel vor mir und sagt, wir haben Ihr Geld an Griechenland verliehen. Wenn da noch mal was kommt, dann melden wir uns. Kommen Sie nicht jeden Tag fragen. Ich bin doch noch bei der Commerzbank, das ist der reinste Albtraum. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Bin ich jetzt Besitzer, bin ich Kunde, das ist furchtbar. Ich habe noch nie so viele Angestellte gehabt, ich kann da nicht mit umgehen. Ich bin sehr unglücklich, ehrlich. Ich habe diese Commerzbank gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich immer, dass es ein Schnäppchen war. Ja, 18 Milliarden Euro für die Commerzbank, also das ist ja eine Bank von der Restorampe quasi. Für 18 Milliarden Euro haben wir Steuerzahler einen 25%igen Anteil der Commerzbank erworben. Von den 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresdner Bank gekauft. Das war auch so ein Schnäppchen, weil die Dresdner Bank hat nur etwa 60 Milliarden faule Kredite in ihren Büchern. Deshalb hat die Allianz die Dresdner so ungern hergegeben. Aber weil Ihr es seid. Von dem Tag an, wo die Commerzbank die Dresdner für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die zusammen an der Börse noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war, oder? Und diese Leute wollen mir Angst machen vor sozialistischer Misswirtschaft. Das ist wirklich komisch, oder? Also wenn Sie heute so eine Bank überfallen, sagen wir mal so, wenn Sie da 8.000 Euro rausholen, haben Sie den Zeitschloss Jackpot geknackt. Die letzten beiden Banküberfälle in Düsseldorf, von denen ich gelesen habe, waren jeweils 2.000 Euro Beute. Das ist doch peinlich, sowas. Da können Sie in Düsseldorf besser auf der Köhn Parkautomaten knacken. Selbst wenn Sie die 8.000 Euro erbeuten, wird die Bank Sie doch laufen lassen. Das ist doch kein Schaden für so eine Bank. Wachen Sie doch bitte mal auf. Das sind doch ganz andere Milliardensumme, die da verplempern. Das ist, als wenn Sie mit dem Gemüsehändler vorbeigehen und einen Apfel klauen. Da rennt doch keiner hinter Ihnen her, da ruft die Polizei. Da ruft er einmal laut, scheiße, du Arsch, und dann war's gut. Und die Bank wird sich sehr viel gepflegter ausdrücken. Die Bank würde sagen, wenn Sie mit der Beute das Gebäude bitte gesündet verlassen könnten, wären wir Ihnen alle sehr verbunden. Das Schlimmste für die Bank wäre, Sie ballern noch ein bisschen rum, treffen Sie eine Marmorsäule, haben Sie schon mehr Schaden angerichtet. Nur, die Bank muss nach dem Überfall die Polizei rufen. Und dann nimmt das Elend doch als seinen Lauf. Bis dahin war doch alles in Ordnung. Aber jetzt kommt die Bullerei. In den weißen Schutzanzügen mit den Wattestäbchen. Spurensicherung, DNA, doof nach Ansage. Das hätte ja das Phantom sein können, das muss doch überprüft werden. Das war eine Meisterleistung unserer Polizei, oder? Das Phantom, das war großartig. Eine 43-köpfige Sonderkommission. Was heißt eigentlich köpfig? Das ist ja auch Blödsinn. Eine 43-hälsige Sonderkommission. Der deutsche Polizei hat zwei Jahre lang das Phantom gejagt. Zwei Jahre lang. Und die Frau hat das aber auch doll getrieben, muss man ehrlich sagen. Die hat ja manchmal, hat die ja morgens um 8 in einer Schrebegartenanlage zwei Spaten geklaut. Und hat dann vier Stunden später, 600 Kilometer entfernt, zwei Leute über den Haufen geschossen. Auf einer Raststätte. Einfach so. Das muss die Schwester von dem Polier aus Köln gewesen sein. Die hat es am Schluss so doll getrieben. Am Ende haben sogar die Bullen gemerkt, das müssen zwei sein. Das kann ich eigentlich. Also die Polizei sprach die Filiale ab. Einen ganzen Tag lang wird ermittelt. Da kann die Bank einen Tag lang keine Geschäfte machen. Da haben die schon mehr Verluste gemacht, als sie überhaupt geklaut haben. Dann werden sie vor der Polizei gejagt, das kostet uns Geld. Und wenn wir Pech haben, dann werden sie doch noch geschnappt. Ja klar, wenn wir Pech haben, weil dann kommen sie doch vor Gericht, das kostet uns nochmal Geld. Wissen Sie, was so ein Prozess kostet? Und so ein Banküberfall, das geht auch nicht so schnell wie ein Skiunfall. Das sind Sachschäden. Das muss ordentlich verhandelt werden. Das ist bei den Angehörigen das Geld schuldig. Dann werden sie eingesperrt, das kostet uns nochmal Geld. Das Ganze kostet ein vielfaches Geld, was sie da ursprünglich geklaut haben. Für alle im Land wäre das sehr viel angenehmer, einfacher und auch wirtschaftlicher, wenn sie nach so einem Überfall einfach pauschal 10% der Beute auf so ein Hilfskonto für die Landesbanken überweisen würden. Sie können natürlich auch ganz unbürokratisch beim Überfall 10% auf der Theke liegen lassen und sagen, stimmt so. Oder sagen wir es ganz anders, hätten wir schon vor Jahren systematisch angefangen, die Banke zu überfallen, hätten wir einen Teil unseres Geldes in Sicherheit bringen können. Aber ich war noch bei der Überversorgung. Das sind ja auch Gehälter, das kann man überhaupt nicht mehr verstehen. Sehen Sie, das war früher der Topjob der deutschen Industrie Daimler. Daimler-Kreisler, dann Jürgen Schremm. Das war der Spitzenmann da, der hat in 10 Jahren, hat der Schremm 80 Millionen Euro verdient. Das ist schon sehr viel Geld, da gehen Sie etwa 1.330 Jahre für arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Da sehen Sie auch, was der Schremm alles weggearbeitet hat, ne? Das ist ja leistungsbezogen. Ist doch klar. So. Der Wieneking, der bei Porsche anschaffen war, der kann ja, der kann arbeiten. Oh. Boah. Der Wieneking, der hat mal in einem Jahr 100 Millionen Euro verdient. In einem einzigen Jahr, da hat der Schremm so einen Hals gekriegt. Als er überlegt ja, wie lange er dafür arbeiten war. Das sind auch Schicksale. Im Jahr drauf hat der Wieneking nur 70 Millionen Euro verdient. Hat seine Frau auch gesagt. Hast du auf eine Frau ohne Haut gelegt? Was war jetzt wieder los? Aber das sind doch diese Top-Manager, meine Damen und Herren. Und ich habe gelesen, wir müssen diese Top-Manager eben auch top bezahlen, sonst bringen die diese kreativen Leistungen auch gar nicht. Das sind ja Spitzenleute. Das ist ja die Elite der deutschen Wirtschaft. Die haben ja auch Ideen. Da kommt doch sonst keiner drauf. Unter Wieneking hat Porsche am Schluss mehr Gewinn gemacht als Umsatz. Das müssen sie mal mit Brötchen versuchen. Das ist ein großartiges Konzept gewesen. Die haben ja nur noch spekuliert. Am Schluss war ja Porsche ein Hedgefonds, der durch die Produktion von Autos behindert wurde. Der Wieneking hat ja mit diesen VW-Aktien-Spekulationen, hat ja das ganze Geld mitgemacht. Eine Milliarde hat der allein mit den VW-Aktien erspekuliert. Natürlich, der hat das nicht mit eigenem Geld gemacht, auch nicht mit Geld von Porsche. Das machen sie ja so. Es geht ja keiner mit eigenem Geld an die Börse. Sind sie verrückt? Das kann man doch verlieren. Die Hedgefonds setzen doch auch kein eigenes Geld ein. Die leihen sich das. Das machen sie ja, wenn sie auf die Rennbahn gehen auch. Sie nehmen ja kein Geld mehr auf der Rennbahn, das ihnen gehört. Das kann ja weg sein. Wenn sie einen todsicheren Tipp für die Rennbahn haben, gehen sie zu einem Kumpel, sagen sie mal todsicheren Tipp, kannst du mir die Kohle leihen, wir teilen hinterher. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Dann können sie hinterher immer noch sagen, der Tipp war so todsicher, das Pferd ist gestorben. Das ist dann. Und so machen die das an der Börse auch. Alles mit geliehenem Geld. Und der Wieneking, der kann es aber. Der hat gewonnen bei der ganzen Zockerei. Der hat die alle über den Tisch gezogen. Der hat die Banken über den Tisch gezogen. Der hat die anderen Hedgefonds über den Tisch gezogen. Der hat die Mitspekulanten aufs Kreuz gelegt. Die Aktie schoss auf 1000 Euro hoch und dann wieder runter. Und keiner wusste, was los war. Und der Wieneking hat sich im Hinterzimmer die Hände gerieben. Und dann hat es ihm irgendwann aufgefallen, scheiße. Ich habe die Banken mit genau dem Geld aufs Kreuz gelegt, das ich von denen geliehen hatte. Und dann ist es bei der Anschlussfinanzierung zu sehr unschönen Situationen gekommen. Man kann sich da so richtig vorstellen, wie der Banker sagt, ach Wieneking, Sie brauchen das Geld, mit dem Sie uns verarscht haben, noch ein bisschen länger. Ja, dann machen Sie doch mal einen konstruktiven Vorschlag. Von welcher Klippe wollen Sie denn springen? Großartiges Konzept. Aber das sind eben die Top-Leute. Das ist ja nicht nur hier bei der Autoindustrie, hier auch bei den Banken, da sind Spitzeleute unterwegs. Zum Beispiel hier HSH Nordbank. Kennen Sie die? Da ist ein gewisser Herr Nonnenmacher an der Spitze. Nonnenmacher an sich auch ein sehr schöner Name. Und ich habe mich immer gefragt, wo die herkommen. Und der muss da so einen Hobbykeller zu Hause haben. Es gibt Gerüchte, dass der Mixer sich dahin verkrochen haben soll. Jedenfalls, der Nonnenmacher, der hat die HSH Nordbank in leitender Funktion mit in die Scheiße geritten und hat dann einen Bonus von 1,4 Millionen Euro verlangt, damit er weitermacht. Sehen Sie, das muss man drauf haben. Das ist Chuzpe. Sonst werden Sie in diesem Land nicht akzeptiert, in der Wirtschaftselite. Da können Sie lernen. Also gehen Sie morgens hier um den Chef und da kacken Sie ihm vor den Schreibtisch. Und dann kommt es hier erst. Dann verlangen Sie einen Bonus dafür, dass Sie noch einen Haufen daneben setzen. Dann werden Sie akzeptiert. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das sind die Spitzenkräfte, die wissen, was auf uns zukommt. Die mit den Visionen. Es gibt natürlich auch Visionäre in den Ministerien. Wir wollen das nicht verschweigen. Arbeitsministerium Berlin, die haben mal ausgerechnet, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Das können die ausrechnen. Ja, das tun die auch. Dann gucke ich Tagesschau, da liest er mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Dann denke ich, oh, jetzt habe ich Planungssicherheit. Das ist ja auch mal schön. Ich war so ein bisschen sauer, dass er den Wetterbericht von 2015 die auch mit durchgegeben hat. Bis dahin müsste der Kachelmann da wieder draußen sein. Sagen Sie, was hat das alles noch mit Nachrichten zu tun? Der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050. Bitte, was hat das mit Journalismus zu tun? Die ganzen Wirtschaftsmeldungen. Das ist doch alles Kaffeesassnäserei. Es ist ein Elend. Da haben Sie jetzt gerade wieder das Gutachten von diesen Frühjahrsweisen. Kennen Sie das doch zweimal im Jahr? Die Frühjahrsweisen und die Herbstseitlosen. Die machen zweimal im Jahr. Machen die ein Gutachten. Seit 40 Jahren. Das hat noch nicht einmal gestimmt. In 40 Jahren hat das noch nicht ein einziges Mal gestimmt. Selbst wenn die das auswürfeln würden, müsste irgendwann aus purem Zufall, also spätestens in dem Jahr, in dem Schalke Meister wird, müsste das ja mal zutreffen. Es ist ein Elend. Hier, IFO-Geschäftsklimaindex. Kennen Sie das? Wird jeden Monat veröffentlicht. Immer Top-Thema in den Nachrichten, in den Zeitungen. IFO-Geschäftsklimaindex. Dann heißt es immer, das ist ein ganz wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie. Da klopft man so drauf, da macht der Zeiger so. IFO-Geschäftsklimaindex. Wissen Sie, was das ist? Die Mitarbeiter des IFO-Instituts München telefonieren einmal im Monat mit 7000 ausgewählten Unternehmern in Deutschland und fragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Jahr. Die fragen nicht, wie war es oder wie ist es? Die fragen, was glaubt ihr, wie wird es? Also die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Was wird der Unternehmer sagen? Ja, ja. Oder ach, ja, doch. Daraus errechnen die einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Und dann steht in Ihrer Zeitung, achten Sie drauf, es kommt nächste Monat wieder, dann steht in Ihrer Zeitung, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Das heißt, es gibt auch noch Experten in diesem Land, die werden dafür bezahlt, dass sie erwarten, was denn wohl die anderen erwarten. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind, meine Damen und Herren. Wirtschaftsexperten, da haben Sie intelligentere Lebensformen auf Ihrem Duschvorhang zu Hause. Der Rentenbeitrag saß im Jahr 2050. Wie hirntot muss man sein, um sowas auszurechnen, 2050? Wer weiß denn, was in 40 Jahren ist? Wer weiß denn, was in 30 Jahren ist? Sind 15 Jahre für Sie ein überschaubarer Zeitraum? Denken Sie mal 15 Jahre zurück. Wie viele Ehen waren das? Im Schnitt 4. In deutschen Großstädten hält eine Ehe statistisch gesehen nur 4 Jahre. Er guckt ganz entsetzt, er liegt schon drüber hier. Na ja. Da rächt ja einer unter Tränen aus, weil er nicht mehr müsste, wenn er rechtzeitig nach Bonn reingezogen wäre. 15 Jahre ist ein Zeitraum, der ist so lang, der kann die Welt sich komplett verändern. 15 Jahre, so lange war nicht mal das 1000-jährige Reich. Kohl war länger als das 1000-jährige Reich. Nicht nur gefühlt. Nehmen wir doch mal 15 Jahre aus unserem Leben. Wir brauchen einen Startpunkt für die 15 Jahre. Nehmen wir 1990, da können wir uns alle daran erinnern. 1990 ist doch unser Jahr gewesen. Wir waren frisch wiedervereinigt. Diese Euphorie, diese Aufbruchstimmung, das können Sie doch noch zurückholen. Wir waren ganz oben. Jetzt geht's los. Unser deutsches Yes, we can. Können Sie das, ne? Jetzt, meistens geht's nach hinten los. Aber jetzt geht's los. 1990 ein Freudentopf. Wir waren sogar Fußball-Weltmeister 1990. Also richtig, nicht bei den Frauen. Und wir waren... Den Protest habe ich aber auch schon engagierter gehört. Franz Beckebauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs, stand damals auf dem Rasen in Rom und sagte im Brust der Überzeugung, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein, wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Dann kam Berti Vogts. Das ist die Lehmann-Bank unter den Tränen. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, da sollten wir uns jetzt schon große Sorgen um Cindy aus Marzahn machen. Wobei, die und Westerwelle wär das Traumpaar, oder? Dann wär da wie Arsch auf einmal. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Kollege, ich kenn Legoland. Aber Lettland, das gab es damals noch gar nicht. Das war doch alles noch der Russe, wissen Sie noch? Der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Kennen die jungen Menschen gar nicht mehr, ne? Sitzen junge Menschen, grinsen so höflich vor sich hin. Was will der alte Mann denn jetzt schon wieder? Kennen Sie diesen Blick von jungen Menschen? Wenn die so leicht die Augen verdrehen und denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Kennen Sie, ne? Ich kenne diesen Blick, ich hab vor kurzem selbst auch so geguckt. Über Nacht bin ich so alt, ich beginne zu begreifen, wie mein Opa sich gefühlt haben muss, wenn er aus dem Krieg erzählt hat. Und der hat aus dem Ersten erzählt. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Wenn ich aus meiner Studienzeit erzähle, das ist, als wenn ich aus einem Schützengraben berichte. Da sehen meine Neffen imaginäre Panzer durchs Bild rollen. Das glaubt mir keiner, wie wir gelebt haben. Wir hatten noch Schreibmaschinen, die hatten nicht mal Stromanschluss. Wissen Sie noch, was eine Matrize ist? Das ist so eine Art iPad. Ja, ja. Mit Turbel. Wollen Sie sich mal richtig alt fühlen? Erzählen Sie mal einem 20-Jährigen aus dem Jahr seiner Geburt. Erzählen Sie mal einem 20-Jährigen von 1990. Sagen Sie dem mal 1990, da gab es kein Internet. Alle Telefone hatten Kabel. Maximal drei Meter. Mehr war von der Post nicht erlaubt. Was hatte denn die Post mit dem Telefon zu tun? Das ist eine ganz andere Diskussion hier. Komm. Und der Russe stand vor der Tür. Ja. Was? Hör mal, du meinst, es gab kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist auch einfach zu lange her. So. Wir erklären mal jetzt den jungen Menschen der Russe. Muss ja erklärt werden. Bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Können Sie aber auch googlen. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat das ja nicht heimlich gemacht. Der Russe stand immer auf und ähnlich vor der Tür. Bei den jungen Leuten sitzt der Russe im Fernseher mit der Milchschnitte. Und dann kommt in Hamburg nach der Vorstellung ein junger Mann zu mir und sagt, Herr Pispas, da müssen Sie aber bitte ein bisschen genauer sein. Die Klitschkos sind aus der Ukraine. Ja, genau, Jung. Das ist ja der Gag. Das war alles der Russe. Wir hatten ja nichts damals. Es gab ja nur diesen einen. Und der stand vor jedem. Das muss der Onkel von dem Polier aus Köln gewesen sein. Hätte ich 1990 prophezeit im Jahr 2004, es ist der Russe mit der Milchschnitte im Fernseher. Da können wir doch jetzt mal spekulieren, wofür uns mal mit Ladenwerken Werbung machen wird, oder? Ich dippe auf Überraschungseier. Was glauben Sie? Kein Mensch weiß, was in 15 Jahren ist. Vielleicht sind die Deutschen bis dahin auch die Merkel leid. Man muss ja das Undenkbare denken können. Vielleicht haben wir mal Glück, sie wird vom CIA verwechselt und verschleppt. Und unser Geheimdienst merkt es wieder erst nach drei Jahren. Und wenn sie zurückkommt mit den langen Haaren und dem Bart, dann wird Karl Theodor Friedrich Maria vorne und hinten zu oben auf den Gückenberg. Das Stehende wird wieder sagen, mir hat der Bericht nicht vorgelegt. Und der Steinmeier, der wird auch wieder da stehen, wird wieder sagen, ich habe von der Entführung von Frau Dr. Merkel erst nach ihrer Rückkehr Kenntnis erhalten. Und so weiter und so weiter. Der Steinmeier, das ist der Oppositionsführer. Der treibt die Regierung vor sich her. Unglaublich. Unglaublich. Ein Mann mit dem Temperament eines mit Valium vollgepumpten Rudolf Scharping. Der spricht mühelos Fernsehkameras ins Koma. Und da stand er immer noch so da und hat geredet und geredet in diesen Schachtelsätzen. Und da muss ihm mitten im Bundestagswahlkampf, wo ihm irgendein Medi-Berater erklärt, der Herr Steinmeier, so geht das nicht, Sie müssen ein bisschen was machen, Sie müssen da ein bisschen Dynamik reinbringen. Es ist so todlangweilig. Stand er auf der nächsten Pressekonferenz da, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Stand er wieder so da und sprach in diesen unglaublichen Schachtelsätzen, ist ja alles sauber zu Ende formuliert, aber Schachtelsätze und alle paar Sätze machte er dann. Diese unglaublich dynamische, das hatte jetzt mit dem Inhalt der Sätze nichts zu tun. Das hatte so ein bisschen den Eindruck, als wenn er beim Sprechen innerlich immer bis sechs gezählt hat. Kann natürlich sein, einer hat dahinter gekniet und einem Strippchen gezogen. Kein Mensch kennt die Zukunft, nur die Statistiker. Die Statistiker glauben, die können den Ist-Zustand hochrechnen auf die Zukunft. Steuerschätzer. Die gucken, was im letzten Quartal reingekommen ist und rechnen das hoch auf die nächsten fünf Jahre. Das ist großartig. So ein Statistiker beobachtet, dass sie zwei Stunden sieht, oh, der Mann isst einen Teller Suppe, da geht der Statistiker hin, der rechnet ja aus, wieviel Suppe sie statistisch gesehen im ganzen Leben essen werden. Dass sie, wenn er weggegangen ist, sagen, bäh. Boah, Suppe esse ich nie wieder, ey, das ist ja furchtbar. Das kriegt er doch nicht mehr mit. Nur meine Regierung hat dann schon mal die ganze Suppe bestellt, die sie persönlich ausläufeln müssen. Wenn sie wieder, will ich vor der Suppe sitzen, kommen doch einen Sozialdemokraten, sagt, sie leben aber ganz schön über ihre Verhältnisse. Und das ist das Problem. Das ist unser Problem. Wir leben über unsere Verhältnisse. Natürlich. Nicht alle. Wir wollen differenzieren. Der Zumwinkel, der Wiediging, der Nonnenmacher, der Schrempp, die leben nicht über ihre Verhältnisse. Die haben das versucht, aber es geht nicht. Die leben über unsere Verhältnisse. Das ist der Punkt, wo die Neoliberalen wirklich Recht haben. Es gibt Schmorazer in diesem Land. Es gibt Parasiten, die wir alle mit durchfüttern müssen. Ich sage seit Jahren auch, wer das für mich ist. Diese Investmentbanker zum Beispiel. Andere Leute Geldgassi führen. Bei den Landesbanken haben die Geldgassi geführt, das die gar nicht hatten. Und das ist ihnen dann auch weggelaufen. Die Fusionsbanker. 97% aller Fusionen von großen Firmen sind für die beteiligten Firmen von Nachteile gewesen. Alles auf Pump organisiert. Und die Firmen waren nach der Fusion immer weniger wert als vorher. Daimler-Kreisler, meines Mann Vodafone, Conti Schäffler. Die Firmen haben immer gelitten. Die Einzigen, die ja in den ganzen Geschichten verdient haben, sind die Banker, die alles organisiert haben. Und die Unternehmensberater natürlich. Weil die werden nicht nach dem Erfolg der Fusion bezahlt, sondern nach dem Volumen der Fusion zum Zeitpunkt der Fusion. Und meine persönlichen Lieblingsschmorazer sind die Aktienanalysten. Für mich das widerlichste, was die Evolution bis dato hervorgebracht hat. Die Eiterpickel des Casino-Kapitalismus. Die BWL-Schnösel. Also die, wo es nicht mal für Jura ganz gereicht hat. Mit 25 von der Uni, Appen, Anzug, Krawatte oder Kostüm, da stehen die auf NTV und Salbaran den ganzen Tag gequirlten Quark. Die Arbeiter in diesen Ratingagenturen, kennen sie, ne? Die Ratingagenturen. Da sitzen die in der Ratingagentur und da raten die, wie es denn wohl kommen wird. Wenn sie es wüssten, bräuchten sie nicht zu raten. Allein diese Sprache, da gehen Aktien seitwärts. Neulich meinte einer, wir haben negatives Wachstum. Ich sage, du mich auch. Da haben sie einer ganzen Generation schon auf der Uni ins Hirn geschissen. Die stehen im Fernsehen und sagen, Sätze wie diesem Aktienkurs steckt sehr viel Fantasie. Und diesen Leuten haben sie ihre kapitalgedeckte Altersvorsorge anvertraut. Sie haben eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Man hat ihnen da erfolgreich eingeredet, dass die Umlagefinanzierte Rente nicht bezahlbar ist. Also sie haben so eine Riester-Rente, eine Rürup-Rente oder irgendwas Privates. Und da ist der Deutsche ganz stolz. Ja, kann man auf dem Plakat doch sehen. Ich habe eine private Rentenversicherung mit 5,5% Rendite. Mit Sternchen. Viel mehr, als wenn man auf den Start bekommt. Mit Sternchen. Leider heißt Sternchen meistens nicht Auszeichnung, sondern lesen sie das Kleingedruckte. Und da steht im Kleingedruck hinter Sternchen, 5,5% ist die mögliche Rendite. Das kann aber nicht garantiert werden. Das ist die mögliche Rendite inklusive der möglichen Überschüsse. Die erwarteten, der erwarteten, der vom IFO-Institut München erwarteten Überschussanteile. Und die Garantierendite steht auch immer unten drunter. Ganz klein, 2,25%. Keine Bank, keine Versicherung bietet Ihnen mehr als 2,25% garantierte Rendite. Und das ist das, was Sie bei Bundesschatzbriefen auch kriegen würden. Richten Sie ein kostenloses Konto beim Bund ein, kaufen Sie regelmäßig Bundesschatzbriefe, haben Sie dieselbe Rendite, ohne dass Sie die Versicherungsärsche mit durchfüttern müssen. Denn die Riester-Rente ist das größte Volksverarschungsprogramm, was jemals aufgelegt worden ist. Die Stiftung Waren hat das noch vorgerechnet. Alle Zuschüsse, die wir als Steuerzahler zur Riester-Rente leisten, diese Zuschüsse werden komplett aufgebraucht von den Provisionen der Vertreter, die Ihnen das Zeug aufschwatzen. Mir hat jetzt so ein Versicherungsmakler geschrieben, da gibt es ja Leute bei dir, die haben ja ein Gewissen, der hat mir geschrieben, damit sich das lohnt, müssen die Leute über 85 Jahre alt werden. Das ist eine schöne Wette, die Sie da abgeschlossen haben. Toi, toi, toi. Aber Sie hoffen ja auf die Überschussanteile, ne? Toi, toi, toi. Am besten ist, Sie haben so ein aktiv gemanagtes Portfolio, wo das alles immer ständig umgeschichtet wird. Ja, Sie glauben, Ihr Geld arbeitet für Sie. Nein, nein, das wird umgeschichtet, weil die alle permanent Provisionen bekommen, wenn die das umschichten. Und da gibt es ja immer diese Wettbewerbe. Wer das beste Depot zusammenstellt, das können Sie ja verfolgen. Die machen Online-Wettbewerbe. Die großen Wirtschaftszeitungen können Sie im Internet mitmachen auch. Ja, das kann man ja virtuell machen. Man gibt einen Stich davor und sagt, jeder hat 100.000 Euro Spielgeld quasi, und dann stellt man ein Depot zusammen nach dem Tageskurs von heute. Die Aktie, die Aktie, die Aktie. Und dann im halben Jahr guckt man, wessen Depot sich besser entwickelt hat. Das machen die permanent. Und einmal im Jahr lassen die irgendwo auf der Welt einen Schimpansen, also einen richtigen Affen, gegen die Kollegen antreten. Es ist kein Scherz von mir. Ich wäre da gerne selber drauf gekommen. Glauben Sie mir. Aber ich fand es faszinierend, als ich es gelesen habe. Es ist so, die Aktienanalysten natürlich alle mit den Laptops und den Charts und stellen das Depot zusammen mit allen Regeln der Kunst, mit Insiderwissen, allem drum und dran. Und der Schimpanse kriegt ein paar Wurffeile dahingelegt. An der Wand hängt eine Liste mit den Namen der ganzen Aktiengesellschaften. Ist kein Scherz, ist wirklich. Dann wirft der Affe die Wurffeile auf diese Tapetenrolle mit den Namen der Aktiengesellschaften. Und die, die der getroffen hat, werden dann ins Depot gelegt. Und in einem halben Jahr wird geguckt, wessen Depot sich besser entwickelt hat. Bis jetzt hat noch immer der Affe ohne Krawatte gewonnen. Und diesen Leuten, die nicht mal gegen einen Affen gewinnen können, haben sie ihre kapitalgedeckte Altersorgan vertraut. Denken Sie einfach an die Eichhörnchen. Die finden auch nicht mal ein Drittel der Nüsse wieder, die sie versteckt haben, meine Damen und Herren. Und die werden nicht mal von Vermögensberatern behindert. Sie haben ihre Altersvorsorge zum Jahrmarkt gebracht. Ich gratuliere. Ich hoffe, man lässt sie hinterher wenigstens nochmal aufs Karussell, bevor sie kotzen müssen. Und ich frage mich dann, ob diese Typen eigentlich wissen, wie die Menschen leben, die für das Geld arbeiten, das die da in der Börse verbrennen. Wissen Sie, dass ein Drittel aller Einkommen in Deutschland unter 1700 Euro inzwischen liegt? Ein Drittel aller Menschen, die hier eine volle Stelle arbeiten, arbeiten für 1700 Euro im Monat oder weniger. Und ich rede von brutto, nicht, dass sie anfangen zu träumen. 20% arbeiten für 1100 Euro brutto oder weniger. Haben Sie mal über 4 Euro die Stunde nachgedacht? Da wird ja nicht darüber geredet, das wird ja gezahlt. 4 Euro die Stunde? Kann man im Kopf überschlagen, ne? 40 Stunden Woche mal 4, haben Sie einen Wochenlohn. Nochmal mal 4, haben Sie einen Monatslohn. 640 Euro für eine volle Stelle? So ein super Gehalt, oder? Ja, sagt der Experte, der Monat hat 4,3 Wochen. Schlagen Sie noch was drauf, können Sie direkt wieder abziehen für die Sozialversicherungsbeiträge. Steuern zahlen Sie von solchen kleinen Löhnen nicht, aber Sozialversicherungsbeiträge zahlen Sie schon. Sie liegen am Ende immer unter BAföG-Höchstsatz. Und davon kann man nicht leben, das wird Ihnen jeder Student erklärt. Friseusen können davon leben, Taxifahrer können davon leben, Putzfrauen können davon leben, Fensterputzer können davon leben, Pflegekräfte in Altersheimen, die zur Aushilfe arbeiten, können davon leben. Die können da alle davon leben, die haben einen Standortvorteil. Die haben 8 Stunden Arbeit am Tag und keine Zeit in der Cafeterie herumzusetzen, um billig in der Mensa essen zu gehen. Und aus der Logik heraus hat dann dieser Wirtschaftsweise aus München, also dieser Vollweise, Hans-Werner Sinn, den Namen kann man ja mal nennen, ne? Den schreiben wir jetzt mal ganz oben auf die Liste für das Unbeziehungsprogramm. Wir müssen ja mit dem Sammeln mal anfangen, ne? Hans-Werner Sinn steht im Fernsehen und sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, 4 Euro die Stunde wäre noch zu viel. Welche? 3 Euro die Stunde wäre für manche Berufe durchaus angemessen. Mehr würden diese Menschen nicht erwirtschaften. Und da wissen Sie, wo Sie angekommen sind. In der Welt der BWLer. Ja klar, wenn Sie im Altersheimen mit dem Arsch abwischen, erwirtschaften Sie keine 3 Euro die Stunde. Da erwirtschaften Sie eine Handvoll Scheiße oder was? Die sollte man dann Simmern in den Bart schmieren. Vielleicht kann man Hirn düngen. Ich weiß es nicht. Und wenn dann so ein C4-Professor für Wirtschaft, so ein unkündbarer Elfenbeinturmbewohner, der für 7.000 Euro im Monat sechs Pflichtstunden Vorlesungen in der Woche halten muss, aus alten Büchern, die ihm seine Assistenten zusammengeschrieben haben, den Rest der Zeit besoffen in der Ecke liegt oder Gutachten für die Bundesregierung schreibt, meist noch beides gleichzeitig. Wenn der dann mühsam ausgenüchtert und von Experten auf lebendig geschminkt, in der Talkshow auf dem Stühlchen sitzt und zum Thema Arbeitslosigkeit wieder mal die Floskel von der Mobilität und der Flexibilität absondert, den Spruch haben Sie uns ja auch eingefresst, ne? Wer arbeitslos wird, muss ein bisschen mehr Mobilität und Flexibilität in den Tag legen. Genauso der deutsche Mobilität, Flexibilität. Und wenn die Afrikaner das dann ernst nehmen und sie auf den Weg machen? Immer wenn ich den Satz höre, denke ich, warum schließen wir dem Typ nicht mal ganz kurz die Klöten einer Autobatterie an? Nur solange, dass so einer einmal im Leben ein Gespür für Mobilität bekommt, meine Damen und Herren. Schöne Pause, bis gleich. Applaus Meine Damen und Herren, das Wichtigste im Leben des Deutschen ist seine Arbeit. Man sagt ja, der Franzose arbeitet, um zu leben und der Deutsche lebt, um zu arbeiten. Deshalb sind die Arbeitsplätze das Top-Thema in diesem Land. Das treibt immer schöne Blüten. Da kommt einer und sagt, wir müssen die Tabaksteuer erhöhen, damit die jungen Menschen vom Rauchen abgehalten werden. Da kommt der Sprecher der CSU und sagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, gefährden wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Das meint er auch nicht ironisch. Das sind seine Sorgen. Wenn Sie dem Innenminister morgen sagen, Herr de Maizière, wenn Sie das Ausüben von Anschlägen zu sehr erschweren, Gefährden Sie Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie? Da würde der nochmal drüber nachdenken. Arbeitsplätze, das Totschlagargument in jeder Diskussion. Deshalb können wir den Klimawandel auch nicht stoppen, weil alle Maßnahmen würden Arbeitsplätze gefährden. Und das ist mit dem Klimawandel einfach ungünstig. Der muss nochmal wiederkommen, so geht das überhaupt nicht. Was tun wir mit einem geretteten Planeten, wenn wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Dann ja lieber umgekehrt. Ja, wir retten erstmal die Arbeitsplätze. Ob wir einen Planeten wirklich brauchen, ist doch wissenschaftlich überhaupt noch nicht erwiesen. Das sind doch alles nur Computersimulationen. Der Club of Rome hat ja schon in den 70er Jahren vorher gesagt, was jetzt passiert. Der Kapitalismus, der beutet die Ressourcen des Planeten hemmungslos aus, entzieht uns unsere eigenen Lebensgrundlagen und die Menschen werden auch ausgebeutet. Und sie müssen auch gar kein Marxist sein, um das nachvollziehen zu können. Sie müssen den Kapitalismus endlich nochmal ernst nehmen. Der Kapitalismus ist ja unsere neue Religion. Im Grunde unsere Ersatzreligion. Wir haben den Glauben alles verloren, wir glauben aber noch an die freie Marktwirtschaft. Und weil die freie Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eine Religion ist inzwischen, dürfen Sie auch nichts mehr dagegen sagen. Wenn Sie da was gegen sagen, das ist ja wie Gotteslästerung, sind Sie sofort ein Ketzer und ein Spinner. Und unsere Götter, die wir anbeten im Kapitalismus, sind Wachstum und Produktivität. Das sind unsere Götter, Beschäftigung durch Wachstum, das Mantra unserer Politiker. Beschäftigung gibt es nur durch Wachstum. Es muss immer mehr werden, immer mehr, und das macht die Menschen glücklich und zufrieden. Immer mehr, immer mehr. Wir haben seit 25 Jahren eine Situation, dass wir in diesem Land mehr Dinge herstellen, als wir verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die wir herstellen. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente weg, die hergestellt und verschrieben werden. Und es ist von allem zu viel da. Es gibt auch zu viel Geld, dass wir das Verrückte an der Wirtschaftssituation. Die einen sitzen da und kommen nicht klar, und die anderen haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wo sie es anlegen sollen. Auf der verzweifelten Suche nach Anlagenmöglichkeiten ist ja so viel Geld weltweit unterwegs, dass diese Finanzprodukte erst erfunden worden sind. Der Zins ist doch am Boden. Und der Zins ist der Preis fürs Geld. Wer von einer Sache viel da ist, sinkt der Preis. Und die Zinsen sind auf dem absoluten Nullpunkt, außer für die Griechen. Und da sehen Sie, dass das alles völlig absurd ist und auch mit der Realität gar nichts zu tun hat. Es ist von allem zu viel da, aber wir brauchen Wachstum. Auf dem Grabstern des Kapitalismus wird später stehen, zu viel war nicht genug. Wir brauchen ewiges Wachstum. Ewiges Wachstum, das ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber wir müssen dabei bleiben. Und es muss immer mehr werden. Die Firmen müssen jedes Jahr mehr verdienen als im Jahr davor. Wenn ein Konzern drei Jahre lang hintereinander denselben Gewinn macht, dann sagen die Analysten, die Aktie wird runtergestuft und dann geht ihre kapitalgedeckte Altersvorsorge schnell in den Bach runter, als der Meeresspiegel steigen kann. So sind die doch bei 26% Eigenkapitalrendite angekommen bei der Deutschen Bank, weil es jedes Jahr noch mehr werden muss als im Jahr davor. Und das erreichen wir mit der Produktivität. Produktivität, unser zweiter Gott. Mit immer weniger Menschen, in immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Und da waren wir Deutschen immer die Weltmeister drin. Wir sind ganz vorne mit der Produktivität und jetzt stoßen selbst die arbeitswütigen Deutschen an die Grenzen. Wir haben einen Grad an Produktivität erreicht, dass die Menschen, die nur Arbeit haben, krank werden. Die psychosomatischen Erkrankungen massiv auf dem Vormarsch in ganz Deutschland. Burnout war früher was ganz Exotisches. Haben sie heute flächendeckend in allen Berufen vertreten. Die Menschen werden krank, weil sie Arbeit haben. Der Rest wird krank, weil er gar keine Arbeit hat. So tut der Kapitalismus was für alle. Kann man natürlich auch sagen. Aber sie kommen aus der Nummer nicht raus. Wenn sie diese Religion einmal als ihre angenommen haben, da müssen sie darin leben und da müssen sie arbeiten und kämpfen und produktiv sein und Wachstum und immer mehr und immer mehr. VW hat gesagt, wir brauchen 7% Produktivitätszuwachs jedes Jahr, um den Standort Deutschland zu halten. Allein VW. 7% Produktivitätszuwachs. Wie erreicht man das? Sie können zum Beispiel jedes Jahr die selbe Zahl Autos mit 7% weniger Mitarbeiter herstellen. Wie oft können sie 7% der Belegschaft entlassen, bis sie keine mehr haben? Ist kein Konzept für die Zukunft, oder? Sie wollen ja in 20 Jahren ihre kapitalgedeckte Altersversorger auch mit VW-Aktien abdecken. Bis dahin müssen sie die ja durchhalten. Die andere Möglichkeit ist, mit derselben Zahl Mitarbeiter und 7% weniger Lohn jedes Jahr. Wie oft können sie den Leuten 7% Lohn kürzen, bis sie nicht mehr zur Arbeit kommen können? Geht also auch nicht. Die Möglichkeit, die existiert, ist also nur mit derselben Zahl Mitarbeiter und demselben Lohn jedes Jahr 7% mehr Autos herstellen. Das schaffen die auch bei VW. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die Dinger zu verkaufen. Wir haben schon jetzt in Europa 20% Autos mehr, die hergestellt werden, als verkauft werden können. Und VW will jedes Jahr 7% Produktivitätszuwachs dazubekommen. Jedes Jahr. Das sind ja Exponentialkurven. Schon ihre Enkel werden jeden zweiten Monat ein neues Auto kaufen müssen. Bei Handys ist die Situation längst erreicht. Wir haben seit Jahren mehr Handys als Deutsche. Vor allen Dingen sehr viel mehr Handys als Deutsche, die sie bedienen können. Aber. Aber Handys sind der Wachstumsmarkt überhaupt, oder? Es gibt doch immer permanent noch neue Handygeschäfte, die aufmachen. In den Fußgängerzonen machen überhaupt nur noch zwei Sorten von Geschäften neu auf, habe ich den Eindruck. Sonnenbankstudios und Handyläden. Das ist der Höhepunkt der westlichen Zivilisation. Man lässt sich das Hirn braten, um bereit zu sein für den nächsten Handykauf. Und. Mit einem geschickten Auge können Sie an der Gesichtsbräune eines Menschen ablesen, wie viele Handys der in der Hose hat. Und Sie müssen mitmachen. Sie müssen kaufen, kaufen, kaufen. Vor allen Dingen Handys. Das ist der Wachstumsmarkt. Da müssen Sie mithalten. Sie müssen jeden Monat ein neues Handy kaufen. Und kommen Sie nicht mit der olden Nummer, Sie hätten nur zwei Ohren. Das ist überhaupt kein Argument. Sie haben ja auch mindestens 20 Paar Schuhe und nur zwei Füße. An der Stelle haben Sie es doch begriffen. Ja, an der Stelle haben zumindest Frauen eine angeborene, emotionale, kapitalistische Intelligenz. Der Kapitalismus. Das ist wie das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Kennen Sie noch das? Alte Märchen vom Fischer und seiner Frau. Der Fischer, der diesen Butt kennengelernt hat auf dem Meer und der Butt hat ihm einen Wunsch erfüllt. Er kommt nach Hause und die Frau sagt, wo hast du denn das her? Ja, wird ein Butt geschenkt. Sagt die Frau, das ist ja schon schön, aber fahr doch mal raus, ich wünsche mir das und das. Der Fischer raus und sagt, Butt, tut mir furchtbar leid, es ist mir unangenehm, aber meine Frau ist noch nicht zufrieden. Die hätte das auch noch gern. Ja, sagt der Butt, kein Problem. Kriegst du auch noch. Der fährt wieder nach Hause. Die Frau sagt, hey, hat das schon wieder geklappt. Hör mal, das hätte ich auch noch gern. Fahr wieder raus. Und die schickt den immer wieder raus. Und jedes Mal immer diese Geschichte, der Fischer ganz betröppelt von dem Butt, mir eine Frau, die Ise will, will nicht so, wie ich das will. Die schickt den immer wieder raus. Die Frau kriegt den Hals nicht voll. Sie wird niemals glücklich und zufrieden. Sie will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann sagt der Butt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich nehme euch alles wieder weg. Das ist das Märchen vom Fischer und seiner Frau und das Märchen vom Kapitalismus. Wir haben immer mehr, 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 mehr. Und keiner wird zufrieden. Und irgendwann ist alles in sich zusammengebrochen. Und die treibende Kraft bei der ganzen Sache, da sind nun mal die Frauen... Ich habe das Märchen nicht geschrieben. Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Ja, buh. Wann kauft Ihr Mann eine neue Hose? Wenn Sie sagen, die ziehst du nicht mehr an. Wir Männer ersetzen Dinge widerwillig, wenn sie so kaputt sind, dass man sie nicht mehr tragen kann. Das nennt man nachhaltiges Wirtschaften. Wenn Frauen nur die Hosen kaufen, die sie benötigen, dann würde doch unsere Industrie kaputt gehen. Wenn Frauen nur die Klamotten kaufen, die sie brauchen, dann würde Karl Lagerfeld verhungern und er sieht schon nicht gut aus. Immer mehr, immer mehr Produktivität, wachst du und dann unser Drittes, der Fleiß, der Mythos des Fleißes in Deutschland, speziell in Westdeutschland. Der Deutsche war immer stolz auf seinen Fleiß und als die Mauer aufging, haben doch viele Westdeutsche gesagt, guck dich doch mal an, wie das da im Osten aussieht. Guck dich doch bitte mal in Ruhe an, wie das da im Osten aussieht. Die können doch da gar nicht gearbeitet haben. Das ist dann noch genauso kaputt wie nach dem Krieg. Hier wird auch alles kaputt nach dem Krieg. Und? Wie sieht es hier aus? Wie sieht es da aus? Wir waren hier fleißig, wir haben die Ärmel aufgekrabbelt, uns hat doch hier auch keiner was geschenkt. Jetzt sollen wir die damit durchfüttet, die können doch hier ja nicht gearbeitet haben. Das sieht ja immer noch aus wie in den schlimmsten Teilen von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche gar nicht. Elend im Sonnenschein findet er sehr entspannend. Elend befürgt sich gerade im Schatten mit Strand und Palmen. Da fährt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Elend im Regen mag er nicht. Wir waren immer stolz auf unsere Fleiß der Deutschen. Der Westdeutsche stammtisch, war immer fleißig und wir haben immer die Ärmel aufgekrempelt, haben die Leute hier gesagt und alle können so leben wie wir, wenn sie nur fleißig genug sind. Das ist der Mythos. Wer fleißig ist, der schafft auch was. Die Afrikaner, hat es immer geheißen, die liegen ja nur vorne und der Sonne rum. Die haben ja so viel Bodenschätze in Afrika. Wenn die mal auf den Quark kämen, die könnten ganz anders leben. Und jetzt haben wir Pech, der Chinese ist nicht so faul. Der Inder auch nicht. Es kommt knüppeldick, sie müssen tapfer sein. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist ja nicht die Aufgabe des Rumänen, oder? Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen. Wir bauen die Handys, der Rumäne klaut die Handys. Das war die Verabredung. Und jetzt klauen die ganzen Handy Fabriken. Nokia zog von Bochum nach Rumänien. Und die Deutschen, die immer stolz waren auf die freie Marktwirtschaft, schimpfen plötzlich auf den Raubtierkapitalismus. Plötzlich ist hier die Rede von Raubtierkapitalismus. Was ist das denn jetzt? Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, Wasser, nasses Wasser. Was hat der Nokia getan? Nokia versucht Geld zu verdienen, oder? Wie ist der Nokia nach Bochum gekommen? Hat der Nokia-Vorstand getagt und hat gesagt, was ist denn die schönste Stadt auf der Welt? Wo müssen wir unbedingt mal ein Werk bauen? Nein, wir haben Nokia gezwungen, nach Bochum zu kommen mit einem Scheck mit 70 Millionen Euro Bestechungsgelder auf Deutsch-Sinventionen. 70 Millionen haben wir hingelegt. Dafür ist Nokia nach Bochum gekommen. Das Geld war aufgebraucht vor zwei Jahren. Und da hat Nokia gesagt, und hier wird jetzt noch was? Und da hat der Rüttger damals gesagt, nee, jetzt sind wir nichts mehr. Wir haben ja nichts. Das war ja 2008, können Sie sich erinnern, da hat man noch Aufschwung. Da hat man doch kein Geld für Nokia. Hätten wir da schon Krise gehabt, da hätte man Nokia helfen können. Da hätten die jeder noch ein Opel dabei gekriegt, aber so? So hat Nokia gesagt, gut, da gehen wir nach Rumänien, die bieten 20 Millionen Euro für die 2000 Arbeitsplätze, dann schaffen wir die jetzt erstmal da und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und plötzlich, als Nokia nach Rumänien gezogen war, da begriffen die Westdeutschen zum ersten Mal, die Mauer war unser Freund. Ja klar, wir im Westen haben von der Mauer profitiert. Wir verdanken einen Großteil unseres Wohlstandes der Mauer. Doch nicht, weil wir fleißig waren, haben wir so viel. Wir haben so viel, weil für das, was wir bekommen haben, so viel gekauft werden konnte. Wir waren ein Hochlohnland mit Billig-Importen und das haben wir der Mauer zu verdanken gehabt. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskraft aus Osteuropa all die Jahre schön vom Hals gehalten und die billigen Importer hat die Mauer immer durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns doch moralisch drüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. Die Amerikaner bauen doch gerade Müssen an diesen Zaun. Haben Sie das mal gesehen? Die Amis haben einen Zaun gebaut, hin zu Mexiko, durch die ganze Wüste, hunderte von Kilometern lang, mit Stacheldraht schwer bewacht. Die Ossis würden sich wie zu Hause fühlen. Die Amis versuchen sich die billigen Arbeitskräfte aus Lateinamerika vom Hals zu halten. Da geben die hunderte Millionen von Dollar für aus jedes Jahr. Uns haben an die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Weilen wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, da hat Franz Josef Strauß die am Leben gehalten, mit einem Milliarden-Kredit. Genau wie jetzt bei den Griechen. Wir helfen da gerne aus. 1,5 Milliarden D-Mark waren das damals für die DDR. Das war eine Riesensumme damals. Aber da waren große Diskussionen, überhaupt auch moralisch. Darf man so ein Regime überhaupt unterstützen? Der Strauß hat gesagt, gut, das muss erhalten bleiben. Der Strauß war kein SED-Fan, würde ich Ihnen nicht unterstellen. Aber der Strauß, der wusste, wie wichtig die Mauer für das Geschäftemachen in Westdeutschland war. Der Strauß war ein Geschäftemacher. Der ist doch nicht als Millionär gestorben, weil er Ministerpräsident von Bayern war. Nein, der Strauß war der Prototyp des konservativen Geschäftemachers in Deutschland. Ja klar, der Strauß hat Geschäfte gemacht mit Pinochet in Chile, das war ein Faschist. Der hat Geschäfte gemacht mit Honecker, das war ein Sozialist. Der hat Geschäfte gemacht mit Idi Amin, mit Bokassa und mit Gaddafi und mit Khomeini. Das ist dem Konservative doch völlig egal. Der lässt sich beim Geschäftemacher nicht von Werten und Moral behindern. Der konservative Geschäftemacher, der geht doch sonntags nicht in die Kirche, weil er an Gott glaubt oder das Gesabber von den sexuell gestörten Popen hören will. Der Konservative setzt sich auf die harte Kirche, weil er hofft, Geschäftspachter kennen zu werden in dem Umfeld. Aus demselben Grunde ist er im Karnevalsverein, im Schützenverein, im Trachtenverein ohne der CDU. Dann ist für den alles dasselbe. Der Konservative ist erfolgreich, weil er sich fokussieren kann, aufs Geschäftemachen, Kohle, Kohle, Kohle und deshalb nennen wir die auch die Schwarzen. Und wenn der Linke das sieht, der wird der Rot für Wut und der Liberale wird Gelb für Neid. So hängt das ja alles zusammen. 1,5 1,5 Milliarden D-Mark damals für die DDR 1983. Da sind die noch mal sechs Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie aber sehen, wie ordentlich die da gewirtschaftet haben. Sozialistische Misswirtschaft, ich bitte Sie, das sind halt 750 Millionen Euro. Das reicht bei der Hypo-Real Estate keine zwei Stunden, da ist dann ab durch den Kamin. Die DDR war pleite, haben wir da gelacht, war? Verglichen mit den Griechen und den Amerikanern, war die DDR ein solide finanzierter Staat. Schauen Sie bitte mal die Staatsverschuldung an von damals und was wir heute haben. Das ist doch einfach nur lächerlich. Es geht ja auch gar nicht darüber, wie viele Schulden Sie haben. Die Leute wollen doch ihr Geld gar nicht zurückhaben, die ihnen das Geld geliehen haben. Die wollen Zinsen. Wie viele Schulden Sie haben, interessiert doch keine Sorge. Das hat doch alles nicht mit Vernunft zu tun, meine Damen und Herren. Die Griechen haben pro Kopf 26.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner haben pro Kopf 30.000 Euro Staatsschulden. Und jetzt hat Barack Obama einen Haushaltsplan vorgestellt für seine Amtszeit. In den vier Jahren will er nochmal 15.000 Euro Schulden pro Kopf neu dazu machen. Das heißt, dann haben die Griechen hinterher 27.000 Euro Schulden pro Kopf und die Amerikaner haben 45.000 Euro Schulden pro Kopf. Und wer ist kreditwürdig? Ja klar, die Amis, denen müssen sie Geld leihen, weil die haben eine Armee, die kommen sich das und holen. Und die Griechen kriegen sie jetzt richtig dran. Die müssen jetzt 10 Milliarden pro Jahr im Haushalt einsparen. Verglichen bei uns wären das 80 Milliarden pro Jahr. Stellen Sie sich mal vor, die würden aus unserem Haushalt 80 Milliarden rausstechen, was hier los wäre. Und die Griechen müssen sich dran halten, wenn nicht jetzt jedes Jahr 10 Milliarden sparen, dann gibt es richtig Ärger. Ja, was passiert eigentlich, wenn die das nicht schaffen? Ich glaube, dann müssen sie die Strafe zahlen. Wovon tun die das denn dann? Ich glaube, die Merkel wird denen das leihen. Das ist alles so baller, baller. Barack Obama hat einen Haushaltsplan aufgestellt für seine vier Jahre für seine vier Jahre Amtszeit. Können Sie nachlesen. Er hat gesagt, im ersten Jahr mache ich 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. 1600 Milliarden. Im zweiten Amtsjahr mache ich nochmal 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. Im dritten Amtsjahr mache ich nochmal 1600 Milliarden Dollar neue Schulden. Und im vierten Amtsjahr hat er gesagt, wieder die Staatsschulden halbier. Ja, er ist im vierten Jahr so lange braucht der Copperfield um den Trick vorzubereiten. Der schönste Gag ist, wenn die sagen, die Staatsschulden werden halbiert, da wird er überhaupt nicht zurückbezahlt. Da glauben Sie ja, da wird was zurückgezahlt. Nein, Staatsschulden halbiert heißt, die Neuverschuldung wird halbiert. Der Barack Obama verspricht, er macht im vierten Jahr seiner Amtszeit nur noch halb so viele neue Schulden wie jeweils in den ersten drei Jahren. So einen Diätplan müssen Sie mal mit Ihrem Arzt aufstellen. Sagen Sie, ich nehme auch im vierten Jahr noch nicht ab, aber ich nehme im vierten Jahr nur noch halb so viel neu zu, wie jeweils in den nächsten drei Jahren. Und dann diskutieren die in der Medizin, wann man Hirntod ist. Es ist großartig. Die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob Sie noch frisches Geld kriegen, um die Zinsen bezahlen zu können. Ja klar, und wenn die Amerikaner überhaupt nicht mehr genug Kredite kriegen, dann drucken die einfach Geld. Wir drucken jetzt auch Geld in der europäischen Währungszone. Die Amis drucken Geld ohne Ende, seit zwei Jahren schon. Wäre die DDR damals Geld gedruckt, hätten Sie gesagt, das ist das Spielgeld. Was wollen Sie denn damit? Die Amis drucken jetzt auch Spiegel. Der Dollar ist fast gar nichts mehr wert. Nur Sie kaufen den Amis den Dollar ab für Ihre Altersversorgung. Toi, toi, toi. Nochmal so ein kleines Beispiel für die Funktionsweise der Mauer. Sie kennen alle das Billi-Regal. Billi-Regal ist 30 Jahre alt geworden, von Ikea letztes Jahr. Großes Jubiläum. Und Billi-Regal konnten wir uns schon als Studenten leisten. Stabiles Regal mit Rückwand, allem drum und dran. Das war billig. Warum? Weil Ikea in der DDR produziert hat damals. Die haben sogar in DDR-Gefängnissen produziert. Wussten Sie das? Politische Gefangene in der DDR haben die Billi-Regal nicht hergestellt. Ja, denken Sie beim Abstauben demnächst noch mal drüber nach zu Hause. War doch das typische DDR-Produkt. Sie können sich erinnern, mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Aber wir konnten uns das leisten. Hätte Ikea damals in Westdeutschland zu westdeutschen Stundenlöhnen das Zeug hergestellt, hätte sich doch kein Studenten Ikea-Sachen leisten können. Dann wäre das viel zu teuer gewesen. Aber die Brüder und Schwestern im Osten, die haben für ein Apel und ein Ei gearbeitet. Die haben so wenig Lohn bekommen, die konnten sich selber keine Ikea-Sachen leisten. Und die konnten auch ihre Häuser nicht renovieren. Und jetzt verstehen Sie es vielleicht, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Die Mauer fiel und Ikea ist direkt weitergezogen. Erst nach Tschechien zu produzieren, dann kam die EU nach Tschechien, die Löhne stiegen, Ikea ist wieder weitergezogen, Usbekistan, Kasachstan, Tschechien ist dann immer noch eine Runde weiter. Ich will nicht hinterher mit einem Korinthen-Kack über die Reihenfolge diskutieren müssen. Lachen Sie nicht, Gymnasiallehrer dürfen abends frei rumlaufen. Es geht ja nicht um Geografie, es geht auch gar nicht um Details, es geht um die Strukturen, die dahinter stecken. Die Unternehmen ziehen immer noch weiter, immer noch dahin, wo es noch billigere Arbeitskräfte gibt, als wo sie jetzt schon sind. Irgendwann sind die einmal um die Welt rum. Wachen Sie es ab. Wenn Sie bereit sind in Bonn für zwei Euro die Stunde zu arbeiten, weil Sie sonst nichts mehr zu beißen kriegen, dann kommt Ikea nach hier, dann produzieren die hier und dann können Sie es ja den Chinesen rächen mit beschissenen Billigregalen. Die Lüge des Kapitalismus besteht darin, den Menschen vorzugaukeln, dass alle einen gewissen Lebensstandort erreichen können, wenn sie nur fleißig genug sind. Und zwar alle den Lebensstandort unserer Mittelschicht. Das ist eine Lüge und davon müssen wir uns endgültig verabschieden. Sie sehen doch in diesem Land, dass das nicht geht. Sie können fleißig sein, wie Sie wollen. In bestimmten Berufen hilft Ihnen das nichts. Als Arzthelferin, als Apothekenangestellte, als Putzfrau, als Taxifahrer, als Pflegekraft im Alter sein, können Sie fleißig sein, wie Sie wollen. Sie kommen niemals auf den grünen Zweig. Mit Fleiß hat das alles nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Und wer sagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, der sagt doch nichts anderes, als dass der Lebensstandard der Mittelschicht, mit Auto und Urlaub und allem drum und dran, der Lebensstandard dieser Mittelschicht ist nur aufrecht zu halten, wenn ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logis arbeitet. Ob hinter der Mauer oder in der Nachbarschaft. Wir brauchen diese modernen Sklaven. Und da müssen Sie ehrlich sein. Wenn Sie diese Wirtschaftsform unterstützen, dann seien Sie ehrlich, dann sagen Sie, ich bin so. Lassen Sie sich Sklaven treiben auf die Stirn tätowieren, dann weiß jeder, wo er ran ist. Dann haben wir Demokratie. Sie können auch die Abkürzung nehmen, FDP haben Sie noch Platz für was anderes. Aber hören Sie auf, hören Sie auf, den Leuten zu erzählen, dass jeder hier was werden kann. Okay, man kann natürlich sagen, jeder kann hier reich werden, aber nicht alle. Das ist hier im Lotto. Die große Verarsche ist, jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Beim Lotto ist die Chance 1 zu 140 Millionen. Trotzdem spielen die Leute Lotto, weil sie hoffen, dass der eine von den 140 Millionen Sie sind. Dass damit einer reich werden kann, 20 Millionen jede Woche ihr Geld wegschmeißen müssen. Das ist das Prinzip des Kapitalismus. Eine kleine Gruppe wird immer reicher und der geht es immer besser und eine immer größer werdende Gruppe, der geht es immer schlechter. Und das ist das Prinzip dieser Wirtschaftsform. Das ist der Effekt von Zins und Zinses Zins. Und wer Ihnen irgendwas anderes erzählt, der ist entweder ein kompletter Vollidiot oder eine extrem unappetitliche Körperöffnung, meine Damen und Herren. Alle Menschen in unserem Leben standen, das sagte der gesunde Menschenverstand, das geht nicht. So viel Wasser hat der Planet nicht. So viel Energie können wir auch nicht produzieren. Als vor zwei Jahren die Asiaten anfingen, über eine zweite Mahlzeit am Tag nachzudenken, stieg der Reispreis. Da wurde der kleine Hunger zwischendurch bei uns schon richtig teuer. Was wir haben, geht nicht für alle. Die Ressourcen dieses Planeten sind begrenzt. Völlig im Gegensatz zur Blödheit der FDP. Die ist natürlich unbegrenzt. Können sie aber leider nicht in Energie umsetzen. Weil so etwas Kleines wie FDP-Hirne kann die Wissenschaft noch nicht spalten. Es geht nicht. Wenn alle Chinesen, wenn alle Inder pro Kopf so viele Autos hätten wie wir, da könnten wir alle noch arbeiten und den Zündschlüssel umdrehen, 15 Minuten rumfahren, das Öl wäre komplett aufgebraucht. Für immer. Und die Atmosphäre natürlich auch. Jetzt hat die EU-Kommission vor zwei Jahren gesagt, ja, wir können ja die Zahl der Autos nicht kontrollieren, ist ja freie Marktwirtschaft, aber den CO2-Ausstoß pro Fazio können wir in den Griff kriegen. Wir machen ja ein Gesetz, die Autos müssen weniger Dreck rausblasen, dann können mehr rumfahren bei gleicher Umweltbelastung. Schrie die deutsche Autoindustrie sofort wieder auf. Diese Pläne machen uns kaputt. Diese Schlagzeilen. 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Da sagt der Deutsche, 65.000 Arbeitsplätze, dann geht das nicht. Und ich habe gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso gehen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren, wenn die Autos weniger Dreck hinten rausblasen? Ich war kurz davor, den Redakteur von der Zeitung anzurufen und zu fragen, aus welcher Flasche er die Informationen hat. Wo ist der Zusammenhang? Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt nur einen möglichen Zusammenhang. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um so ein Auto zusammenzuschrauben, muss vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges abhängig sein. Oder die Hersteller gehen davon aus, dass die Deutschen gar keine Autos mehr kaufen, wenn da nicht genug CO2 hinten rauskommt. Nach dem Motto, dann fahre ich nicht mehr. Wenn da kein Dreck hinten rauskommt, dann gehe ich zu Fuß. Verliere ich die Freude am Fahren. Sagen Sie mal, Herr Wismann, was muss man eigentlich tun, um als Sprecher der Autoindustrie arbeiten zu dürfen? Muss man sich erst mal jahrelang am eigenen Auspuff beatmet haben? Das präsentieren die uns als Dilemma. Retten wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie oder retten wir den Planeten? Nein, das ist das Dilemma. Und dann ist das auch für die Politik ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Und dann steht die Merkel erst mal da, wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Die steht ja immer erst mal da. Die ist ja nicht so nassforsch. Wir machen das jetzt und dann gehen wir jetzt hinten. Die Merkel steht ja immer erst mal da. Steht's da und guckt sie so? Sie versucht der Krise ein Gesicht zu geben. Guckst du so? Steht's da und guckt sie so? Dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. So guckt ihr doch, oder? Genau so guckt sie. Und dann spürt die Merkel, sie hat es zu lange gezögert. Die Atmosphäre kühlt sie ab. Da glüht sie wieder vor mit ihren Sprechblasen. Die Frau hatte ein Sprechblasenreservoir. Das ist unerschöpflich. Da kommt die erste Sprechblase. Da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei. Aber im ganzen Satz gesprochen und da ist der Deutsche von seinem Politiker nicht verwöhnt. Und bitte achten Sie in Zukunft mal genau drauf. Je inhaltsloser das ist, was die Merkel von sich gibt, je platter und je dümmlicher das, was sie sagt, ist, desto energischer sagt sie vorne weg. Und deshalb sage ich bewusst. Sie muss uns immer noch informieren, dass sie bei Bewusstsein ist. Sonst wird man ja meistens denken, die plappern einfach so vor sich hin. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst. Dann ist sie ganz bei Bewusstsein. Wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Die Umkehrung der Phrase funktioniert noch besser. Dann sagt die Merkel, wir müssen in dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Und dann ist der Deutsche sofort begeistert. Weil Geschlossenheit ist ja überhaupt das Ding des Deutschen. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Ja. Pose, Weltbild, alles. Alles muss geschlossen sein. So Weltoffenheit, was Neues von der Welt, das macht der Deutsche überhaupt nicht. Ne, ne. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand. Da musste man nicht raus. Alles war geschlossen. Parteien müssen geschlossen agieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn in einer Parteidiskussion und Aufgabe, was ist richtig, was ist falsch, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten und dann wendet der Wähler sich entsetzt ab. Der Deutsche will nicht mit Einzelheiten behelligt werden. Die sollen sich einfach nur einig sein. Worüber ist den Deutschen eigentlich ziemlich egal. Sehen Sie, die schwarz-gelber Bundesregion wird nicht kritisiert, weil sie schlechte Gesetze gemacht haben, sondern weil sie sich nicht einig sind. Die sollen sich einfach nur einig sein. Das ist das Wichtigste für den Deutschen überhaupt. Einigkeit. Das heißt ja Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht Sachverstand und Recht und Freiheit. Einig soll sie sich sein. Und wenn die dann zu lange diskutiert haben in der Partei, dann kommt irgendwann einer und sagt, und jetzt müssen wir wieder alle an einem Strang ziehen. Genauso der Deutsche. Das ist doch mal vernünftig. Ja, Mann. Die sollen gefälligst alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit. Parteitage müssen ein Signal, der geschlossenheit aussenden. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur wird es die Partei zerreißen. Wenn nur einer antritt, ist es eine Wahl. Geschlossenheit, Disziplin, auch ganz wichtig. Fraktionsdisziplin, das ist das Deutsche. Das ist die Fraktionszwang. Die gibt es auch nur bei uns. Die gibt es in keiner Demokratie der Welt frei gewählte Abgeordnete, die ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind. Das überfordert den Deutschen völlig. Außerdem hat der deutsche Abgeordnete kein Gewissen, der hat einen Listenplatz. Und dem ist er verpflichtet. Und eine Fraktion ist ein wilder Haufen und braucht eine Führung. Das will der Deutsche so. Es soll da ordentlich zugehen. Die sollen sich einig sein, dazu brauchen sie eine Fraktionsführung. Einer steht vorne und sagt den anderen, wann sie den Arm heben müssen. Das ist Deutschland, da haben wir gute Erfahrungen mit gemacht. Und wenn die Merkel merkt, sie hat die Luft wieder so richtig schön angewärmt mit ihren Sprechblasen, dann schiebt die Merkel in die von ihr selbst erwärmte heiße Luft noch so ein paar Allgemeinplätzchen zum Aufbacken rein. Man kann sagen, die Frau ist ein sich selbst bestückender Umluftherd. Und das leckerste Allgemeinplätzchen kennen Sie alle. Dann sagt die Merkel, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. das ist ja der letzte Unterschied zwischen SPD und CDU. Aber was für ein genialer Satz, eine gemeinsame Lösung. Das ist das genialste überhaupt, das ist kommunikationstheoretisch auf dem allerneuesten Stand. Wer kann denn gegen eine gemeinsame Lösung sein? Im Land der Geschlossenheit können Sie da nicht gegen sein. Da haben Sie sofort die Arschkarte. Die Frau ist so geschickt, die ist unglaublich clever. Das ist auch so bescheiden. Nicht, ich weiß das besser, sondern es geht nur gemeinsam, meine Damen und Herren. Es geht nur gemeinsam. Das hat den großen Vorteil, wenn die anderen nicht mitmachen, muss man selber auch nichts machen. Und deshalb sage ich ganz bewusst, da müssen sich die Arbeitsplätze und der Planet mal zusammensetzen. Die Metzger und die Schweine müssen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung finden. Bei solchen Verhandlungen braucht man immer einen Schlichter. Und schlichter als Merkel geht es eigentlich gar nicht. Aber genau das ist es, was die Deutschen an der Merkel mögen. Sie mögen dieses Schlichter. Die Deutschen mögen gar nicht die Besserwisser, die alles können. Und das größte Kompliment, was ein deutscher Politiker machen kann, ist zu sagen, das ist einer wie du und ich. Das können die auch. Das ist der Deutsche, der Kohl war beliebt. Der Biedenkopf war doch nicht beliebt. Der Biedenkopf hatte den IQ über seine eigene Körpertemperatur. Der war gefürchtet, aber beliebt war der nicht. Johannes Rau war beliebt. Der konnte super Skat spielen, gut Witze erzählen. Mehr konnte er nicht, aber das war super. Den mochten die Leute. Und dieses Klischee bedient die Merkel auf ihre Art. Die Merkel hat begriffen, die Deutschen wollen gar keinen Politiker, der Bescheid weiß. Die Deutschen wollen so einen gütigen Landesvater. Am liebsten nennen die Deutschen einen König wieder. Einen gültigen König, der sie leitet. Und jetzt haben wir Queen Mumm. Sie nennen sie Mutti. Mutti können sie nicht wirklich böse sein. Sie wissen, das geht auf Dauer nicht gut. Wenn sie Mutti böse sind. Und die Wahlkämpfe haben sie in Zukunft auch im Grunde schon erledigt. Der letzte Wahlkampf war doch schon völlig unpolitisch. Merkel hat plakatiert, wir haben die Kraft. Wozu? Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Mutti ist doch mehr oder weniger schon unangreifbar. Warten Sie es ab. Die nächsten Wahlkämpfe wird es nur noch darum gehen, SPD, Grüne und Liberale wollen nicht versuchen, die Merkel abzulösen. Die werden nur noch darum streiten, wer bei Mutti auf den Schoß darf. Geh weg, das ist meine Mutti. Das ist meine Mutti. Lass mich wieder ran. Die SPD hat doch gar nicht versucht, eine andere Regierungskoalition auf die Beine zu stellen im Wahlkampf. Die wollte doch die Große Koalition weitermachen. Der Steinmeier hatte ein Wahlprogramm, da stand drin, wir wollen die Vermögensteuer wieder einführen, wir wollen eine Steuer für Reiche einführen und einen Mindestlohn. Die einzige Partei, die das auch wollte, die Linkspartei, da hat er eine Koalition mit ausgeschlossen. Steinmeier hat gesagt, wir setzen das um in einer Koalition mit der FDP und den Grünen. Die haben beide gesagt, mh, 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 mh. Die FDP hat gesagt, wir wollen das nicht. Der Steinmeier hat gesagt, ihr wisst das nur noch nicht. Steinmeier ist ein Vegetarier, der einen Metzger als Kompagnon sucht. Und Mutti guckt sie alles an. Merkel wird immer souveräner. Die wird immer souveräner, seitdem sie nicht mehr versucht, Politik zu machen. Die hat das begriffen, Politik machen ist scheiße. Kanzlerin sein ist super. Die lässt sich in der Sänfte durchs Land tragen und spielt Landesmutti. Wer die Sänfte trägt, ist der Merkel inzwischen völlig egal. Die war nicht unzufrieden mit der SPD als Sänftenträger. Der Steinmeier, das ist der beste Sänftenträger, den sie überhaupt finden können. Dem können sie auch die Augen verbinden, der geht stuig durch. Jetzt bei der FDP ist das schon sehr viel holpriger an der Sänfte. Die bocken da rum bei der FDP. Der Brüderle hinten. Jetzt schielt sie schon nach den Grünen. Die Merkel schielt schon nach den Grünen. Die können ja auch Sänfte tragen. Und für die Grünen ist ja die Sänfte auch ökologisch gesehen. Das ist ein Fortbewegungsmittel der Wahl. Die Grünen, das waren auch mal Extremisten, das waren auch mal Spinner, aber jetzt dürfen sie mitmachen. Ja klar, weil die Grünen haben sie angepasst. Wissen Sie doch, die Grünen, die sind angetreten mit Raus aus der NATO. Können Sie sich noch erinnern? Raus aus der NATO. Und dann haben sie ihre Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Und sie haben, ja, sie haben ihre Ideale gar nicht verraten. Man muss das Raus aus der NATO nur von Anfang an anders verstehen, als über die NATO hinaus. Großartig. Merkel hat ja im ersten Amtsjahr versucht Politik zu machen. 2006 war ihr erstes Amtsjahr und da hat sie die Rente mit 67 eingeführt. Das war das erste Gesetz. Dann hat sie nie mehr Wettsteuer erhöht. Alles super populär, Sie können sich erinnern. Sie ist abgestürzt in den Umfragen. Im Dezember 2006 war die Frau nach einem Jahr am Amt so unbeliebt, die Zeitungen schrieben, die wird das nicht lange machen. Die hält sich nie mehr lange am Amt. Und dann hat die Merkel begriffen, Regieren gibt nur Ärger. Lass da mal die Minister machen. Ich bin ab sofort unterwegs. Schon die ganze Gesundheitsreform mit dem blöden Gesundheitsfonds ist nicht an Merkel hängen geblieben. Das war die Ulla Schmidt. Ich war ja gar nicht da. Das war die Ulla Schmidt. Jetzt hat sich da so ein kleiner Vietnamesen geholt, der ist jetzt schuld. Merkel ist da unterwegs. Die war nur noch unterwegs. Sie hat die Präsidialdemokratie erfunden und eingeführt und sie ist auch weltweit unterwegs. Auf dem roten Teppich immer im Fernsehen mit denselben Sprüchen. Und das ist sehr vertraut auch für die Menschen. Und das ist ja auch das Drama für den Westerwelle. Der kommt irgendwo hin und die Leute sagen, die Merkel war schon da. Was willst du denn jetzt noch? Und 2007 hat sie den Grundstall für diese großartige Karriere gelegt. 2007, das war Merkels Jahr. Seitdem sind ihre Werte kontinuierlich gestiegen. 2007 war sie EU-Ratsvorsitzende. Sie war Vorsitzende vom G.8-Gipfeltreffen. Da in Heiligendamm hat sie alles sehr erregt. Heiligendamm, das beste Beispiel für die Politik von Merkel. Heiligendamm, der Klimagipfel. Können Sie sich erinnern? Der Klimagipfel. Merkel ist die Klimakanzlerin. Merkel engagiert sich für das Klima. Was war Heiligendamm in Wirklichkeit? Internationales Gruppenwix hinter Stacheldraht. Ja, was ist denn da beschlossen worden? Zeigen Sie mir doch mal den Beschluss von Heiligendamm. Es gibt keinen. Die können doch nichts beschließen. Ist Ihnen das eigentlich schon mal aufgefallen? Das sind Staatsoberhäupter. Regierungschefs, die können überhaupt nichts beschließen. Die können Absichtserklärungen abgeben und müssen dann zu Hause hoffen, dass ihre Parlamente das beschließen. Die Regierung kann überhaupt nichts beschließen. Nur das Parlament kann etwas beschließen in der Demokratie. Wenn die Regierungschefs sich treffen und was verkünden, dann ist es genauso, als wenn Sie glauben, Sie könnten im Möbelladen ohne Ihre Frau irgendeine wichtige Entscheidung treffen. Und deshalb können die auf den Gipfeltreffen auch frei rumpupsen. Das hat ja gar keine Relevanz. Sie denken, oh, das Kommuniqué, die haben sich geeinigt, die können genauso gut in den Schnee pissen. Das hat den selben Effekt. Aber alle sind begeistert. Guck mal, die pinkeln zusammen in den Schnee. Ey, die sind sich einig, dass die Deutschen schon begeistert. Heiligen Namen haben Sie verkündet, der CO2-Ausstoß wird um 20% reduziert. Da kann ich genauso gut sagen, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, habe ich 15 Kilo abgenommen. Dann sagen Sie, das ist aber ein ehrgeistiges Ziel. Was ist denn, wenn nicht? Dann sage ich, dann nicht. Die Gipfeltreffen sind Showveranstaltungen, damit Sie das Gefühl haben, dass da was passiert und dass die irgendeine Ahnung hätten von dem, was getan werden müsste. Kyoto-Protokoll, 1993, Kyoto-Protokoll, zur Rettung des Klimas. Die Amis haben sofort gesagt, wir machen nicht mit. Dann haben die anderen gesagt, komm mal Ruhe unterschreiben, passiert ja nichts. All die Jahre haben die Westeuropäer immer gesagt, ja, wenn die Amerikaner nicht mitmachen, können wir unsere Firmen nicht zwingen, das umzusetzen, weil dann haben die einen Wettbewerbsnachteil den amerikanischen Firmen gegenüber. Es geht nur gemeinsam. Der CO2-Ausstoß bei den Fahrzeugen, ist das Gesetz gekommen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Fahrzeugen in Europa? Natürlich nicht. Diesmal haben die Deutschen nicht mitgemacht. Wir haben Veto eingelegt. Also ist das Gesetz nicht gekommen. Keiner macht immer nicht mit. Die Bankenkontrolle. Seit 18 Monaten hören wir uns jetzt an, sowas darf nie wieder passieren. Diese Zockerei muss eingedämmt werden, da müssen Mechanismen eingeführt werden, die müssen kontrolliert werden. Ein Riesengipfel im letzten Jahr, G20-Gipfel in London, können Sie sich erinnern? Der war wochenlang vorher diskutiert, oh, die Positionen sind noch sehr weit auseinander, gibt es eine Einigung. Dann ist Barack Obama eingeflogen aus den USA, hat den Gipfel gesegnet. Und die Engländer haben gesagt, wir machen nicht mit. Dann war die Sache wieder gestorben. Einer macht immer nicht mit. Und das ist das Prinzip hinter den ganzen Veranstaltungen. Die treffen sich, verkünden irgendwas Großartiges und im Hinterzimmer ziehen die Streichhölzer, wer den Arsch spielen darf, der nicht mitmachen muss. Und der Arsch fährt nach Hause und sagt, ich habe mich nicht unterkriegen lassen, ich habe für die nationalen Interessen gekämpft, ich habe mich für euch eingesetzt. Und die anderen können sagen, wenn der Arsch mitmachen würde, könnten wir auch was machen, aber es geht ja nur gemeinsam. Was für sie gedacht ist, sind die Fotos. Die Fotos für den Gipfeltreffen. Ernste Minen oder fröhliche Gesichter und das Gefühl, wir haben was erreicht. Gemeinsam. Diese symbolischen Fotos. Der Strandkorb von Heiligendamm. Das ist übergeblieben von Heiligendamm, oder? 100 Millionen Euro haben wir ausgegeben für dieses eine Foto. Die Mächtigen der Welt in einem Strandkorb, noch gebaut für Helmut Kohl, jetzt passen die da alle rein. Das ist PR-Arbeit. Und das beherrscht die Merkel. Die Merkel hat kein Gesetz gemacht, um den Klimawandel einzudämmen. Nein, sie ist zu den Eisbergen persönlich hingefahren und hat die persönlich aufgefordert, mit dem Schmelzen aufzuhören. Genauso wie sie ihnen versprochen hat, dass ihre Gelder sicher sind, als die große Krise war. Hat die ein Gesetz gemacht? Nee. Die hat gesagt, die Gelder sind sicher. Und wenn es ernst gewesen wäre, hätte sie gesagt, ja, habe ich auch gedacht. Das mit dem Eisberg war großartig. Das Foto fand ich wirklich sensationell. Die Merkel auf dem Bug von dem Schiff, im roten Packer vor diesem Eisberg. Ich dachte, wie Kate Winslet persönlich, guck es dir an. Leider haben sie den Film dann nicht ordnungsgemäß zu Ende gedrückt. Bevor der Eisberg eine Chance hatte, sich adäquat einzubringen, da war die Merkel ja schon wieder weg. Die war überall. Die war 2007 überall. Die war auch im Nahen Osten. Der Nahe Osten eine gebeutelte Region. Und die haben ja auch gedacht, sie hätten schon alle biblischen Katastrophen hinter sich. Aber der Herr hatte noch eine Plage im Ärmel. Drei Tage kam das gefürchtete Merkel über den Nahen Osten. Die war in Israel. Sie war bei den Palästinensern. Im Gazastreifen war die. Da konnten die damals auch Leute empfangen im Gazastreifen. Da hatten die nur Häuser. Sie war bei den Syrern. Und am letzten Tag der Reise war sie in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Der engste Verbündete des Westens im Nahen Osten. Sie wissen, Saudi-Arabien ist im Gegensatz zu den unzuverlässigen Iranern und den völlig durchgeknallten Palästinensern. Ein demokratisch organisierter Staat. Der König von Saudi-Arabien irgend so ein Abdullah. Schröder hätte gesagt, ein lupenreiner Demokrat. Der war damals ja gleichzeitig noch Frauenbeauftragter in seinem Land. Schröder hätte gesagt, für Gedüns zuständig. Schröder. Dem trauern manche schon hinterher. Das muss man sich auch wieder vorstellen. Der Kanzler, wo man immer dachte, wenn ihm jetzt die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Goldkettchen Gerd, der Gigi von Gazprom. Jedenfalls, ich weiß noch ganz genau, es war ein Diensteabend, da gucke ich Tagesschau, da sitzt die Merkel in der Tagesschau neben dem König Abdullah von Saudi-Arabien in der Pressekonferenz und fasst ihre dreitägige Naostreise mit dem Satz zusammen, um die Probleme im Nahen Osten in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ja, Sie lachen, aber was denkt jetzt so ein König Abdullah? Hören Sie, der sitzt daneben, der kriegt das übersetzt, das können Sie nicht verhindern. Der lebt seit 60 Jahren in deiner Region, Mord und Toscher, Völker, Hass, es gibt überhaupt keine Lösung am Horizont und die kommt mit so einem Geblubber. Was denkt der? Wie haben die das Kamele das Kostüm gekriegt, oder was? Was denkt der? Der kann sich ja die Situation nicht mal schön trinken. Aber Abdullah, die Saudi, der Saudi, das ist echt ein cooler Diplomat, das muss man fairerweise mal dabei sein. Der hat ganz souverän geantwortet, in der Tagesschau spontan gesagt, das wäre eine super Idee, da wäre noch keiner drauf gekommen im Nahen Osten. Das würden Sie jetzt mal versuchen. Da hat dieser Mann sich bei ernst gehalten, ich habe den bewundert. Nervenvitratseile. Die braucht er auch. Nächstes Mal bringt die Merkel noch den Westerwelle mit. Und dann stellen Sie mir vor, wie der Westerwelle den arabischen Völkern in die Freiheit bringt. Sie wissen, Westerwelle ist der größte Kämpfer für die Freiheit überhaupt. Geben Sie bei YouTube ein, Westerwelle und Freiheitsstatue. Und dann erleben Sie Ihr gelbes Wunder, möchte man sagen. Da steht der Westerwelle auf dem FDP-Parteitag, das ist anderthalb Jahre hier oder so, steht der am Pult vom FDP-Parteitag und ruft in den völlig verblüfften Saal, hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Vielleicht können Ihnen die Saudis mal erklären, dass die Statue innen hohl und begehbar ist, meine Damen und Herren. Und ich sitze da und denke, wir erwarten von den arabischen Ländern, dass sie einen demokratischen Prozess in Angriff nehmen. Und dann schicken wir sowas dahin. Sind Sie, die Araber gucken ja auch Fernsehen. Ich stelle mir das so plastisch vor. Yusuf und Mohammed sitzen vorm Fernseher und gucken Merkel und Westerwelle oder was wir sonst da so hinschicken. Dann sagt der Yusuf zu Mohammed, Mohammed. So was kriegt man, wenn man frei wählen lässt? Sag mir mal, warum sollen wir das Risiko eingehen? Die Merkel ist ganz beschwingt weitergereist. Das war dieselbe Woche noch. Ungelogen Dienstes nach Saudi-Arabien. Freitags war sie in Südfrankreich. Da war ein Afrika-Gipfel organisiert von Jacques Chirac zum Ende seiner Amtszeit. Afrika ist der verlorene Kontinent. Die wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Die waren damals schon verzweifelt. Aber jetzt nach der Wirtschaftskrise, die Afrikaner, die leiden wirklich richtig. Wir jammern herum. Der größte Rückgang der wirtschaftlichen Leistung seit 1949. was sind das denn wieder für Schlagzeilen? Was soll das? Dieses Gejammer, diese Vergleiche sind völlig hirnrissig. Wir hatten in 2009 einen Rückgang des Brunosozialproduktes um 5% im Vergleich zu 2008. So viel ist richtig. Was hat denn das bitte mit 1949 zu tun? Haben Sie mal Bilder von 1949 gesehen? Ziehen Sie davon mal 5% ab. Worüber reden wir hier? Wir hatten in den letzten 10 Jahren jedes Jahr mindestens 1% Wachstum des Brunosozialproduktes. Das heißt, wenn wir in 2009 5% verloren haben, waren wir maximal wieder auf dem Niveau von 2004. Um was ging es uns da? Dreckig, weil? Wo bin ich hier? Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Und wissen Sie eigentlich, dass die Deutschen im Krisenjahr 2009 ihr Bargeldvermögen noch um 180 Milliarden Euro gesteigert haben? Die Deutschen haben im schlimmsten Wirtschaftskrisenjahr seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Barvermögen um 180 Milliarden Euro erhöht. Das sind 2.500 Euro pro Kopf, die wir noch auf die hohe Kante gelegt haben. Fragen Sie bitte nicht, wo Ihr Anteil geblieben ist. Ich vermute, er ist der FDP gespendet worden. Aber so eine Krise hätten die Afrikaner gerne einmal im Leben. Rekordverluste, Rekordverluste. Man muss doch bitte mal die Relationen wahren. Wenn Heidi Klum morgen 50 Kilo Gewicht verliert, da gibt es keine Heidi Klum mehr. Wenn ich morgen 50 Kilo Gewicht verliere, da ist immer nur eine Heidi Klum über. Oder wahlweise zwei Skispringer, je nachdem, was sie lieber hätten. Die Afrikaner waren damals schon verzweifelt. Afrikagipfel, miese Stimmung, die Merkel kommen auf den Gipfel, die Afrikaner gucken ja kein deutsches Fernsehen, die wussten nicht, was auf sie zukommt. Mich hat sie nicht enttäuscht. Da stand die Frau drei Tage nach dem Auftritt in Saudi-Arabien wieder in der Tagesschau und sagte, um die Probleme in Afrika in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Und seitdem gucke ich auch keine Tagesschau. Ich kann nicht mehr. Ich habe auch immer öfter das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen. Die wiederholen doch eine Endlosschleife. Erzählen sie mir doch nichts. Auch wenn ich Zeitung lese, ich habe permanent das Gefühl, den Artikel habe ich vorige Woche schon mal gelesen oder voriges Jahr oder vor zwei Jahren. Das wiederholt sich ja alles. Das ist alles auf Wiedervorlage. Und sie haben permanent das Gefühl, jetzt aber ganz aktuell und jetzt aber hochdramatisch, jetzt ganz aktuell im Augenblick, haben wir eine Deckungslücke bei der gesetzlichen Krankenkasse. Wann hatten wir denn das zuletzt? Aber nicht seit der letzten Jahrhundertreform im Gesundheitswesen, oder? Wann war noch die letzte Jahrhundertreform im Gesundheitswesen? Würden Sie spontan sagen, war die vor 15 Monaten oder war die vor 9 Monaten? Oder war vor 15 Monaten und vor 9 Monaten eine Jahrhundertreform im Gesundheitswesen? Und die Jahrhundertreformen kommen in immer kürzeren Abständen und in allen Bereichen. Eine Jahrhundertreform bei der Rente, eine Jahrhundertreform bei der Steuer, eine Jahrhundertreform bei der Gesundheit. Und da kommt eine Schicksalswahl. Alle vier Jahre machen die eine Schicksalswahl. Gut, Sie können sagen, bei dem Wasser zur Wahl steht, das ist Schicksal. Aber eine Richtungswahl? Entschuldigen Sie bitte mal. Sie können da immer wieder neu mixen. CDU, CSU, FDP, SPD und seit 20 Jahren die Grünen. Was ist denn da eine Richtungswahl? Was hat sich denn groß verändert? Von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün über Schwarz-Rot jetzt wieder Schwarz-Gelb. Wirtschaftspolitisch machen die doch alle dasselbe. Die glauben alle in dieselbe Wirtschaftsform und haben alle immer wieder die gleichen falschen Instrumente für die gleichen Probleme. Da tut sie überhaupt nichts. Schicksalswahl ist lächerlich. Es gab Wahlen, wo Emotionen im Spiel waren. Das ist richtig. Stoppt Strauß, da waren wir noch emotional engagiert. Aber plakatieren Sie mal Stoppt Merkel. Dann sagen die Deutschen wobei. Die will ja nur spielen. Endlosschleife. Und die Rituale sind immer gleich. Man hat uns hier eingelullt, meine Damen und Herren. Jedes Jahr kommen Tarifverhandlungen und jedes Jahr steht in der Zeitung, die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen bei der Tarifverhandlung, sonst geht der Aufschwung kaputt. Dann halten die Arbeitnehmer sich zurück mit den Lohnforderungen. Die Kaufkraft sinkt, es kommt eine Rezession, das steht nächstes Jahr in der Zeitung. Die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen, sonst kommen wir nicht mal aus der Rezession raus. Seit 20 Jahren gibt es jedes Jahr einen Grund, warum die sich bei den Lohnforderungen zurückhalten sollen. Und sie haben es auch brav getan. Und so haben wir es geschafft in 20 Jahren vom Land mit den höchsten Löhnen in Europa zum Land mit den niedrigsten Löhnen durchgereicht zu werden. Und darüber beschweren sich jetzt die anderen, weil wir denen die Preise kaputt machen mit unseren Dumpinglöhnen. Rituale. Immer und immer wieder Umweltkatastrophen immer und immer wieder. Jetzt ist ja ganz schlimm, die Ölpest da. Wenn das Ding jetzt noch einfach sprudelt, ist es schon genauso schlimm wie die Exxon Valdez. Und damals stand die Uhr schon auf 5.12 Uhr. Die steht schon so lange auf 5.12 Uhr, da ist eine Uhr derart kaputt, meine Damen und Herren. Und dann, das schönste Phänomen in diesem Land, am Tag vor den Schulferien steigt immer der Benzinpreis. Das ist ein Phänomen, das finde ich einfach großartig. Und es ist immer der Dollar. Haben Sie da schon mal darauf geachtet? Da sind die Nachrichten, der Ölpreis ist gestiegen, der Benzinpreis steigt, weil der Dollar, ach der Dollar, sagt der Deutsche, ja der Dollar, da kann man ja nichts machen. Mal ist der Dollar zu hoch, mal ist er zu niedrig, das können Sie den Analysten auch überhaupt nicht recht machen. Und ich wüsste auch gerne mal, woher der Dollar unsere Ferientermine kennt. unsere Nachrichtensendungen sind eine komplette Volksverblödung und Verarschungsmaschinerie, meine Damen und Herren. Und die läuft hier im Dauerbetrieb, im permanenten Dauerbetrieb. Und es wiederholt sich alles endlos und Sie können das überprüfen, wenn Sie mal nachts, da senden Sie schon mal die Nachrichten vor 25 Jahren. Haben Sie das schon mal gesehen? Beim ersten Mal war ich völlig durcheinander. Da saß ich nachts im Hotel, hab nochmal so durchgesappt und dann, ja, da, Nachrichten. Bin ich hängen geblieben. Ja, Nachrichten muss ich am Laufen bleiben. So, was geht mit Neues? Kenne ich schon, war da letzte Woche, war da gestern. Was geht mit Neues? Erzähl was Neues. Ich hab fünf Minuten gebraucht, bis ich gemerkt hab, der ist doch schon tot. Endlos schlafen. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle vier Jahre neu in den Koalitionen, und was verändert sich, meine Damen und Herren, es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt hab, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist irgendwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheime, ist irgendwas besser geworden? Bildungswesen. Sind die Schulen besser geworden? Sind die Kindergärten besser geworden? Ist die Staatsverschuldung besser geworden? Seit 20 Jahren erzählen die uns alle zehn Jahre denselben Witz. Wir machen jetzt noch einmal richtig Schulden, kurbeln die Konjunktur an, dann gibt es einen nachhaltigen Aufschub und davon wird alles bezahlt. Das erzählen die uns alle zehn Jahre und weil der Deutsche nicht so gut behalten kann, glaubt er jedes Mal wieder, jetzt haben sie das Ei des Kolumbus gefunden. Ist bei der Arbeitslosigkeit was besser geworden? Das Brüto-Sozialprodukt ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen, genau wie die Arbeitslosigkeit. Durch unsere Wirtschaftspolitik. Wo ist was besser geworden? In der Umweltproblematik ist irgendwas besser geworden? Nein, natürlich nicht. Und das wissen wir auch. Wir spüren es auch ganz tief in uns drin. Die meisten Menschen haben inzwischen eine Ahnung davon, was hier los ist. Wir sitzen alle in einem Zug und rasen mit ungebremster Geschwindigkeit auf einen Abgrundzug. Dieser Abgrund sieht ungefähr so aus wie die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Wo mehr Menschen im Knast sitzen pro tausend Einwohner als in jedem anderen Land der Welt. Weil sie einfach weggesperrt wären, wenn sie arm sind und sich wehren. Auf diese Art Gesellschaft rasen wir zu. Jeder für sich und Gott gegen alle. Wir sitzen in dem Zug und es traut sich keiner die Notbremse zu ziehen. Wir haben zu viel Angst die Notbremse zu ziehen. Man kann ja durchgerüttelt werden. Da kann einem der Kaffee über die Hose schwappen. Dann lieber den Abgrund. Da wissen wir schon, was kommt. Wir ziehen nicht die Notbremse. Wir tauschen alle paar Jahre den Lokführer aus und sagen, gib Gas und halt Kurs. Ich mach jetzt seit 27 Jahren Kabarett, meine Damen und Herren. In den 27 Jahren hat sich thematisch nicht viel verändert. Ich mach immer noch über dieselben Themen Kabarett. Und wenn die Leute jetzt im Moment kommen und sagen, im Moment ist aber ganz einfach für euch. So leicht war es aber auch noch nie für euch. Das höre ich auch seit 27 Jahren, ob sie das glauben oder nicht. Seit 27 Jahren kommt jeden Monat mindestens einer hinterher und sagt, aber so leicht wie jetzt haben sie es euch noch nie gemacht, oder? Sie wollen ja auch gar nicht vernünftig regiert werden. Geben sie es doch endlich zu. Sie haben sich 16 Jahre lang im Kabarett bei Helmut Kohl totgelacht und haben den alle 4 Jahre brav wieder zum Kanzler gewählt. Und das machen sie mit der Merkel jetzt auch. Ich kenn sie inzwischen. Sie wollen ja nicht vernünftig regiert werden, sie wollen einfach Spaß haben. Das ist es doch. Mit Freude den Abgrund. Das ist doch ein schönes Konzept. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer um den selben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in den selben Scheißhaufen tritt und sich dann eine Runde lang lautstark darüber aufricht, warum seine Schuhe so stinken und jetzt müsste endlich was gemacht werden und so geht es nicht weiter. Aber wehe, Sie schlagen den Deutschen vor, mal einen Bogen um den Scheißhaufen zu machen. Dann sagt der Deutsche, keine Experimente. damit können Sie bei uns Wahlkampf machen. Stabile Verhältnisse. Bloß keine Experimente, schon gar nicht mit Extremisten, es könnte ja was besser werden. Lieber die Politik, von der wir seit 30 Jahren wissen, sie wirkt nicht. Die war, Herr Doktor, sagt der Deutsche, Herr Doktor, was Sie verschrieben haben, hilft nicht, aber geben Sie es mir wieder, da kenne ich jetzt wenigstens die Nebenwirkung. Es wird sich nichts ändern. Denn die Einzigen, die überhaupt irgendwas anderes sagen, die überhaupt eine Idee haben, was man noch ausprobieren könnte, mit denen muss man ja gar nicht reden. Mit denen darf man doch gar nicht reden, wenn man mit der FDP überhaupt noch reden möchte. Das sind ja diese, das ist doch, das darf man ja gar nicht aussprechen, das ist ja diese SED-Nachfolgerorganisation. Sie wissen gerade in Nordrhein-Westfalen fast alles alte SED-Kader in der Linkspartei. Wir haben ja das große Glück, dass wir keine alten Nazis haben. Aber SED-Kader haben wir ohne Ende. Sehr schön, auch wenn die Leute sagen, ja, das ist doch diese Mauerschützenpartei, das kann man doch nicht vergessen, alles Mauerschützen. Ja klar, da sind ja 25-Jährige in der Linkspartei aktiv, die sind als Kind noch an der Mauerpatrouille gelaufen. Ja, die sind damals von Bonn immer nach der Schule mit dem Bus, um an der Mauer noch. Noch schöner ist, wenn wieder einer kommt, da sitzt der Dieter Nuhr in der Talkshow und sagt, auf die Frage nach der Linkspartei, die sollen erstmal das Unrechtsvermögen der SED rausrücken. Das ist auch eine unglaublich intelligente Antwort. Das Unrechtsvermögen der SED sollen die rausrücken. Sagen Sie mal, ist schon mal einer auf die Idee gekommen, von der katholischen Kirche zu verlangen, die sollen die ganze Kohle wieder rausrücken, die die im Mittelalter zusammengeklaut, geraubt und erpresst haben? Bevor mit denen nochmal einer redet? Und das ist nicht mal eine Nachfolgerorganisation. Die haben sich nicht mal nach der Hexenverbrennung umbenannt. Die haben das durchgezogen. Das ist Corporate Identity. Da steckt noch Überzeugung hinter. Im Namen des Herrn, was er dem Geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Unter diesem Motto wurden die Kreuzzüge geführt, die Ungläubigen wurden massakriert, die Hexen wurden millionenfach verbrannt, die Inkas und die Marias wurden ausgerottet, um das goldene Europa zu holen, im Namen der christlichen Seefahrt wurden die Afrikaner als Sklaven in Amerika geschafft, und jetzt werden die Kinder missbraucht. Jeder kommt mal dran, das ist doch schön, oder? Ja, ich weiß, ich weiß, der sexuelle Missbrauchskandal der katholischen Kirche, die katholische Kirche ist das Opfer der größten Einzeltäter Zusammenrottung aller Zeiten. Natürlich haben die ein Problem, ein strukturelles Problem. Sehen Sie, wenn Sie Ihr hauptamtliches Personal ausschließlich aus dem Kreis der sexuell gestörten Rekrutier, da haben Sie Probleme langfristig. Ein junger Mann, der Ihnen mit 23 Jahren erklärt, er könnte den Rest seines Lebens auf den wichtigsten und stärksten Trieb, den die Natur ihm mitgegeben hat, verzichten. Ein 23-Jähriger, der es einem Bischof feierlich verspricht, er könnte den Rest des Lebens auf Sexualität verzichten, der hat dermaßen einen an der Waffel, meine Damen und Herren. Den können Sie nur sofort salben und weihen, der ist sonst für überhaupt nichts zu gebrauchen. Und dann sieht man einen katholischen Priester, der ein Kind sexuell missbraucht hat und fragt sich, gibt es da was widerlicheres? Und dann sieht man Bischof Mixer und denkt, geht doch. Der Mann hat erst mal, als erste Reaktion, als die Missbrauchsskandale sich häuften, vielleicht erinnern sich, hat er gesagt, das wäre nicht zuletzt Schuld der sexuellen Freizügigkeit der 68er. Ja, die Kommune 1 hat die Popen gezwungen, Kinder zu missbrauchen. Die nächste Verteidigungslinie war, das ist ja alles schon längst verjährt, das meiste aber nämlich schon vor den 68ern, die katholischen Priester haben das im Vorauseinenden Gehorsam praktisch gemacht. Dann sitzt ein Bischof aus Essen, ein gewisser Herr Overbeck bei Anne Will, einer bekennenden Lesbe in der Talkshow und sagt, wir wissen alle, dass Homosexualität eine Sünde ist. Der hat das sogar nochmal wiederholt. Der Mann, der hat eine Krankheit, da gibt es noch gar keinen Namen für. Das ist Wachkoma mit Sprechfähigkeit. Das wird man später mal das Overbeck-Syndrom nennen. Und natürlich ist alles verjährt, ja klar. Und dann kommen acht Menschen und sagen, der Bischof Mixa hat uns an seiner Pfarrer von Schrobenhausen war, als Kinder geschlagen und nicht nur geschlagen, sondern verprügelt und zwar systematisch, weil wir Weisenkinder waren. Und dann stellt dieser Mann sich drei Wochen lang in die Öffentlichkeit hin und sagt, diese Menschen lügen. Ich habe ein reines Herz, ich habe niemals meine Hand gegen einen anderen Menschen erhoben. Er hat diese Menschen noch einmal missbraucht. Den Mut hatten, sie in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, wir sind missbraucht worden, die hat er noch einmal missbraucht, indem er sie als Lügner hingestellt hat. Und erst als sie ihm nachweisen konnte, dass er die Kinder nicht nur geschlagen hat, sondern auch noch beklaut hat, weil er seinen Suf selbst von seinem schönen Pastorengehalt nicht bezahlen konnte, 5300 DM hat er für Weine ausgegeben, der wird jetzt in einem Spezialsanatorium abgearbeitet, Schleimbeutelentzündung, Boxbeutelentzündung. Erst als sie ihm nachweisen konnte, dass er die Kinder auch noch beklaut hat, da musste er zurücktreten und hat der Mann sich hingestellt und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich schäme mich zu Tode. Ich weiß, ich habe viele Menschen enttäuscht, ich weiß auch nicht, warum ich das alles gemacht habe und es ist mir unglaublich unangenehm und ich werde mich jetzt zurückziehen und hoffen, dass mir irgendwann irgendjemand vergeben kann. Nein. Er hat den Generalvik vorgeschickt und der hat erklärt, der Bischof hat seinen Rücktritt angeboten, um Schaden von der Kirche zu nehmen, weil eine Hetzkampagne gegen den Bischof in Gange ist. Und bis heute sind viele der Meinung, der Mann hat da nichts Unrechtes getan, der hat nur konservative Positionen vertreten und deshalb ist er bekämpft worden. Großartig, meine Damen und Herren. Und es ist ja alles verjährt, wir wissen es, als im Bistum Regensburg im Jahr 2000 ein katholischer Priester rechtskräftig wegen sexuellem Missbrauch eines Jungen verurteilt worden ist. Da hat der Bischof in Regensburg den nicht aus dem Verkehr gezogen. Nein, da hat er dem ein neues Revier zugewiesen. Und mit der junge Mann seinem schönen Hobby auch in Ruhe weiter nachgehen konnte, hat der Bischof in Regensburg keinem in der neuen Pfarrer gesagt, wenn er da hingeschickt hat. Erst als dieser geschickte junge Mann, also vom Bischof geschickte junge Mann im Jahr 2007 wieder verhaftet worden ist wegen sexuellem Missbrauchs von Kindern, da ist der Skandal aufgekommen. Und die Eltern, die haben gesagt, sei der wahnsinnig, der war schon mal verurteilt, den habt ihr ihr hingeschickt, ohne irgendeinem was zu sagen. Und ist der Bischof in Regensburg 2007 zurückgetreten? Nein, der ist doch nicht besoffen nachts beruht über eine einsame Ampel, die fahre. Der hat getreu, der im Jahr 2000 in der katholischen Kirche noch gültigen Päderastenschutzordnung einem jungen Mann das Leben nicht versauen wollen. Der hat Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Kindern geleistet. Und das ist der Unterschied zwischen protestantischer Ethik und katholischer Moral. Und dann sitze ich da und denke, wir jagen Osama Biladen und der Bischof von Regensburg läuft frei rum und von dem hätt ich sogar die Adresse. Wie viel Leid hat diese Organisation in ihrer Existenz schon über die Menschen gebracht, meine Damen und Herren. Aber wir haben natürlich Angst vor der Linkspartei, weil das ist ja wie hat die Bild-Zeitung vor zwei Wochen geschrieben, die Linkspartei will eine DDR ohne Mauer. Ja, wie furchtbar ist das denn? Ist das wie ein Vatikan ohne Kindesmissbrauch? Eine DDR ohne Mauer, ist das wie ein Armer mit Geld? Sozialismus, sozialistische Misswirtschaft, keiner will das. Wir wissen doch genau, wie das aussieht. Sie wissen doch noch, als die Mauer aufging, diese schrecklichen Bilder, Zeltstädte, haufenweise Obdachlose, die nicht wussten wohin, ohne Gesundheitsversorgung, ohne Zähne, Suppenküche, mit langen Schlangen, wo Menschen angestanden haben, um eine Einzige warmermalz und am Dach überhaupt zu... Ich glaube, jetzt bin ich im falschen Land gelandet. Das waren die USA. Nein, nein, halt, halt. Das sind die glücklichen Umstände in den USA. Nein, DDR war nicht ohne Zähne, das waren die ohne Bananen. Das ist auch ein ganz grausames Schicksal, muss man mal sagen. Die Armen in den USA, die haben weder Bananen noch Zähne, meine Damen. Für 50% der US-amerikanischen Bevölkerung wäre der Lebensstandard der ehemaligen DDR der Luxus auf Erden. Aber keine Sorge, den wollen wir nicht für alle herstellen. Wir wollen ja nicht, dass alle etwas haben. Das wird nicht kommen, keine Sorge. Wir haben auch nicht den Mut, irgendwas wirklich zu verändern. Wir haben viel zu viel Angst, in Deutschland Angst. Es können ja... Die SPD hat den demokratischen Sozialismus ganz nach hinten im Programm. Nein, so hinter der Garantierendite. Was soll der Arbeitgeber sagen? Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, die kann er aber auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr einen Job. Man will darum im Kolosseum wenigstens dazugehören, oder nicht? Wir haben Angst. Wir haben Angst. Das ist das, was uns bestimmt. Das ist das, was unser Leben bestimmt, meine Damen und Herren. Hier werden keine Konzepte entwickelt, indem man in Ruhe darüber diskutiert und sagt, was ist vernünftig, was nicht. Hier wird mit Angst gearbeitet. Und so sind wir alle aufgezogen worden. Und das ist das Erbe der christlichen Religionen. So sind wir alle aufgewachsen. Die Kinder in den christlichen Religionen werden nicht aufgezogen, indem man ihnen beibringt, selber nachzudenken und zu überlegen, was ist richtig, was ist falsch, was ist sinnvoll, damit man zusammenleben kann? Nein. Die Kinder werden großgezogen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du bestraft. So wachsen wir alle auf. Da kommt der Knecht Rupprecht. Und da sitzt einer mit einem großen Bug, der schreibt alles auf, was du gemacht hast. Big Brother. Allein diese Vorstellung, gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ich habe als Kind Dinger beichten müssen, da wusste ich gar nicht, was das war. Aber man hätte Ärger gerichtet, wenn man nicht von Unkeuschgeld geredet hätte in der Beichte. Ich weiß noch, wie ich als Kind manchmal da gesessen habe und gedacht habe, wie furchtbar, ich sitze am Klo und denke, irgendwas Schlimmes und er weiß das alles da oben. Sagen Sie mal, wie psychopathisch muss man sein, um Kindern so etwas zu erzählen? Wie krank muss man sein, um sich so eine Religion auszudenken? Jemand, der alles weiß, jemand, der alles sieht. Und diese Angst, diese Angst steckt ganz tief in allen Menschen des westlichen Abendlandes, meine Damen und Herren. Und die kriegen wir nie wieder ganz raus. Und jetzt haben wir zu mir aufgewachsen und so leben wir auch. Der Deutsche hält sich nicht auf Verkehrsregeln, weil er einzieht, dass es sinnvoll ist. Er hat Angst, bestraft zu werden. Der Deutsche sagt nicht, ich parke das Auto nicht in der Feuerwehr zu, weil ich Angst habe, Menschenleben zu gefährden. Nein, er hat Angst, abgeschleppt zu werden und Strafe zahlen zu müssen. Der Deutsche zahlt auch seine Steuern nicht, weil er es für sinnvoll hält und weil er Angst hat, bestraft zu werden. Angst, wir sind mit Angst großgezogen worden und das kriegen sie nicht raus. Und die christlichen Kirchen machen ihre Mitglieder sogar noch davor Angst, was mit ihnen passiert, wenn sie schon so tot sind, dass ihnen gar nichts mehr passieren kann. Das ist natürlich eine geniale Geschäftsidee, muss man mal neidlos anerkennen. Da kommen sie nicht gegen an. Das können sie doch nie aus der Welt diskutieren. Es kann ja Himmel und Hölle geben, sie gucken mich so an, ich weiß es ja nicht, ich kann sie nicht beweisen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass eine Ziege ein Kreuzworträtsel lösen kann, aber es kann Himmel und Hölle geben. Es kann sein, dass sie ihren Mann im Himmel wieder treffen und das für die Hölle halten. Das ist alles möglich. Ob sie ausgerechnet mit den christlichen Kirchen in den Himmel kommen, ist ja eine ganz andere Diskussion. Es kann ihnen auch passieren, sie kommen oben an und Allah sagt Ätsch. Ja, dumm gelaufen, ein Leben lang von dem falschen Altar rumgerutscht. Aber komm rein, wir brauchen noch ein paar Jungfrauen. Und dann werden sich die katholischen Priester wieder vordrängeln. Nimm mich, nimm mich. Angst, Angst, Angst. Wir sind immer mit der Angst reagiert worden. Meine Damen und Herren, wir werden keine Wahlkämpfe geführt, indem man positiv ein Weltbild entwickelt, wie denn was verbessert werden könnte, sondern wenn die dran kommen, dann, oh, oh, Angst. Man hat den Deutschen immer Angst gemacht, erfolgreich. Man hat uns Angst für den Juden gemacht, dann haben sie uns Angst für den Bolschewiken gemacht. Als ich jung war, wir wollten irgendwas anderes, hieß einfach nur, geh doch nach drüben. Da wurde die Diskussion immer sofort erledigt. Geh doch nach drüben. Das wollten wir nicht. Wir wussten damals schon, die DDR hatte mit Sozialismus so viel zu tun, wie die katholische Kirche mit Christentum. Und geh nach drüben können sie jetzt nicht mehr sagen. Drüben ist ja jetzt hier. Wir sind jetzt alle drüben. Ein paar Jahre lang war Angstvarko. Wie ist Ihnen das damals aufgefallen? Die Mauer fiel und die Deutschen fingen an zu diskutieren. Können Sie sich noch erinnern? Es hieß plötzlich immer, unsere Verfassung ist doch nur vorläufig. Das ganze Grundgesetz ist doch nur ein Provisorium. Wir können alles nochmal neu diskutieren. Wir können die Sozialversicherungssysteme auf neue Beine stellen. Wir können überhaupt nochmal über alles mögliche nachdenken. Und Friedensdividende, wir brauchen keine Rüstung mehr. Wir sind von Freunden umzingelt. Die Friedensdividende, wofür geben wir das Geld aus? Und bevor die Diskussionen so hochkochten, kam der 11. September 2001, das Gottesgeschenk für alle Angstmacher auf der Welt und da war die Diskussion wieder erledigt. Freiheit, Solidarität und Umverteilung für soziale Projekte war gestorben und wir haben wieder Angst und das Geld wird er für die Rüstung ausgegeben. Und die, die davon leben, können sich beruhigt entspannt zurücklehnen. Denn jetzt verteidigt der Deutsche die Freiheit am Hindukusch. Wir geben Milliarden aus, um den Monenanbau in Afghanistan zu beschützen. Ab und zu machen wir ein paar Zivilisten zu Märtyrern, das macht uns sehr beliebt. Und die Kanzlerin sagt, die ganze Aktion ist alternativlos. Seit neun Jahren kämpfen wir in Afghanistan, seit vier Wochen dürfen wir uns Krieg nennen und vor drei Monaten haben sich die westlichen Staaten in London getroffen, um mal eine Strategie zu entwickeln, was man eigentlich da will und was man vorhat. Nachdem wir schon 50.000 Mann umgebraten haben. Großartiges Konzept. Und es kostet dann Geld ohne Ende. Und jeder, der sagt, der Einsatz in Afghanistan ist alternativlos, der meint natürlich, Sie können die Soldaten nicht zurückholen. Da kommt der Taliban nach hier. Das wissen Sie doch. Und dann können Sie schon nächstes Jahr mit der Burka rumlaufen. Wollen Sie das? Nein. Der islamistische Terrorismus, das ist unsere neue große Bedrohung. Der Ivan hat Sie in Bad wachsen lassen und in Hand herum den Kopf gewickelt. Und jetzt steht er vor der Tür und will in Ihrem Wohnzimmer eine Moschee bauen. Und das müssen wir verhindern. Der islamistische Terrorismus, sagt Herr Schöble, ist die größte Bedrohung im 21. Jahrhundert. Er muss es wissen, er ist die zweitgrößte. Und der islamistische Terrorismus, der bleibt uns erhalten. Ich verspreche Ihnen das. Das passiert den Amerikanern noch nicht normales und Feind sich einfach so auflöst wie der feige Russe. Und wenn Frau Dr. Merkel sagt, der Einsatz in Afghanistan ist alternativlos, dann bin ich dafür, dann sollten wir doch bitte alle armen, unschuldigen Soldaten aus Afghanistan zurückholen und die Leute dahin schicken, die meinen, der Einsatz wäre alternativlos. Die soll noch mal zeigen. Und Frau Dr. Merkel, ich verspreche Ihnen, ich werde in Ihrem Grab ein paar warme Worte sprechen. Das sage ich ganz bewusst. Angst, Angst, Angst. Wie werden wir denn Angst gehalten? Deshalb geben wir das Geld aus für Videokameras auf den Bahnsteigen. Das macht die Züge sicher. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Der Kofferbombenattentäter schleppt die Kofferbombe über den Bahnsteig, winkt in die Videokamera und dann, wie stellen Sie sich das dann vor? Wartet der, bis das Band ausgewertet worden ist und gestoppt wird? Nein, sagen die Experten, die Videokameras sind dazu da, um alles hinterher besser aufklären zu können. Was wollen Sie denn da aufklären? Der Mann sprengt sich komplett in die Luft. Was wollen Sie denn da aufklären? Wollen Sie unbedingt wissen, wie die Stückchen vorher zusammenhängen ausgesehen haben? Das ist doch alles Schwachsinn. Wer hier wirklich was machen will, der schleppt doch keine Kofferbombe in den Zug. Der sucht sich eine einsame Strecke, nachts im Dunkeln, buddelt ein Loch unter so ein Gleis und legt eine Zeitbombe drunter. Der ist doch meilenweit weg. Wenn das Ding hochgeht, den bringen Sie dann niemals wieder in Verbindung. Dann stellen Sie doch die 20 Minuten Bahnverspätung mit einem Arm, dann haben Sie einen Volltreffer. Und wenn Sie ein bisschen Humor haben, legen Sie doch ein Wattestäbchen daneben. Sie können sich vor sowas nicht schützen. Das sind Verbrechen. Es ist kein Krieg, es ist ein Verbrechen. Und Verbrechen können Sie nicht verhindern. Die passieren. Jeden Tag werden die Menschen umgebracht. Wie wollen Sie es verhindern? Es geht nicht. Wovor haben Sie Angst? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in Folgen von Rauchen. 50.000 sterben in Folgen von Saufen. 1.800 Deutsche werden jedes Jahr von Besoffenen auf der Straße plattgefahren. Alleine Paulana ist erfolgreicher als Al-Qaida. Aber fordern Sie mal 0 Promille am Steuer, dann sagt die CSU, wer soll dann bei uns nur Ämter übernehmen? Die Verkehrstoten sind der Preis der Mobilität. Da kriegen wir lieber Nacktscanner. Nacktscanner in den Flughäfen. Das macht uns wieder sicher. Der Nacktscanner ist genauso sicher wie die Geräte, die Sie jetzt schon haben. Die sind alle so sicher, wie die Leute sind, die Sie bedienen. Und diese Leute werden so beschissen bezahlt, dass es denen völlig egal ist, was sie da durchschleppen. Weil deren Lohn ist so niedrig. Die können sich selber so ein Flugticket niemals leisten. Das ist denen egal, was in dem Flugzeug in die Luft geht. Die sind nicht betroffen. Diese Leute sind unterbezahlt, aber nicht bescheuert. Erst wollte der Deutsche auch keine Nacktscanner. Sie können sich erinnern, die Skepsis war groß. Nacktscanner war, da können die alle sehen. Bah, nee, das will ich aber nicht. Und dann hat der Hersteller, der Nacktscanner, in einer Verzweiflungsaktion einen Ein-Euro-Jobber mit einem Laptop durch den Münchner Flughafen gejagt. Kreuz und quer. Riesen aufregend. Können Sie sich erinnern? Der Flughafen wurde gesperrt, alles evakuiert. Und drei Tage lang wurde dieser gefährliche Mann gejagt. Und die Deutschen haben gesagt, oh, wenn das so schlimm ist, dann wollen wir jetzt aber noch Nacktscanner. Am liebsten hätte ich einen zu Hause. Und dann fordert die SPD jetzt schon Nacktscanner vor den Fußballstadien, um die Gewalt in den Fußballstadien einzudämmen. Und wann kriegen wir Hirnscanner vor den Parlamenten, meine Damen und Herren? Das ist die Frage. Sie haben Angst vor Al-Qaida? Warum haben Sie nicht Angst vor Reisebus-Fahrern, Lkw-Fahrern? Da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Und die kann man aus dem Verkehr ziehen. Die Terroristen können sie nicht erkennen. Aber die Lkw-Fahrer erkennt man ganz leicht. Die sitzen in großen Autos mit so großen Lenkrädern. Die müssten sogar von Sonderkommandos der Polizei gefunden werden können. Da macht man Kontrollen auf der Autobahn. Und ein Gesetz, jeder Lkw, der länger als vier Stunden Fahrt vor sich hat, muss zwei Fahrer an Bord haben. Und die müssen alle zwei Stunden den Platz tauschen, damit keiner unausgeschlafen am Steuer sitzt. Dann hört das schon mal auf mit dem Einschlafen und ungebremst just in time auf Stauende aufrauschen. Da haben Sie schon ein paar hundert Tote weniger jedes Jahr. Denn die Lkw-Fahrer fahren ja nicht frauwillig so lange, bis sie einschlafen und sich und andere töten. Die werden ja gezwungen von den Spediteuren wegen der Produktivität. Also muss das Gesetz lauten, zwei Fahrer an Bord oder der Spediteur gehen in den Knast. Ohne Diskussion, fünf Jahre pauschal. Ja, sind wir noch dabei. Und da kommt der Spediteur zu mir und sagt, das Gesetz haben wir früher gehabt. Das haben die abgeschafft vor ein paar Jahren. Wer hat denn früher dieses Gesetz, sagt er? Der zweite Fahrer ist abgeschafft worden. Und mir ist klar geworden, irgend so ein BWLer von McKinsey oder vom IFO-Institut München wird den Spediteuren vorgerechnet haben, dass es günstiger ist, ab und zu eine Beerdigung zu bezahlen als permanenten zweiten Fahrer. Denn Geiz ist doch geil, oder? Ja. Und der Spediteur wird natürlich sagen, natürlich, der zweite Fahrer kostet dir Geld. Wer bezahlt mir das denn? Wollen Sie das bezahlen? Wollen Sie den zweiten Fahrer pro LKW bezahlen? Sind Sie bereit, so viel Geld für Ihre Sicherheit auszugeben? Na, da bin ich aber nicht so sicher. Sie sehe ich doch schon beim Gemüsehändler wieder rumjammern. Was sind denn dieses Jahr Weihnachten die Erdbeeren so teuer? Wie jetzt? Wie jetzt wegen der Sicherheit? Sag, wann ist Al-Qaida hinter der Erdbeeren her? Wovor haben Sie Angst? 16.000 Tote durch Erdzipfus jedes Jahr in Deutschland. Ist das nicht eine Zahl, die Sie fasziniert? Die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 16.000 Patienten. Das sind 43 Tote am Tag, da muss ein alter Al-Qaida-Kämpfer lang dann stricken. Das macht der Marburger Bund in der Streikpause. Das hätte ich gerne meiner Abendnachrichten. Immer vor der Wetterkarte die Meldung, auch heute starben wieder 43 Deutsche durch Erdzipfus. Jetzt das Wetter für ihre Beerdigung. Da käme doch Stimmung auf, oder? Aber keine Sorge. Selbst bei 40.000 Toten, wo viele Experten von ausgehen, würde ein Statistiker kommen, würde sie beruhigen. Der Statistiker würde sagen, ja 40.000 Toten im schlimmsten Fall euch Erdzipfus jedes Jahr. Bitte. Wie wahrscheinlich sind, dass sie davon betroffen sind? Werden Sie doch nicht hysterisch. Wir haben 400.000 zugelassene Ärzte. Das heißt, nur 10% der Ärzte bringen einmal im Jahr einen um. Wie wahrscheinlich ist der, dass sie ausgerechnet bei einem von denen an Ausgerechnet dem Tag sind? Man kann auch sagen, jeder Arzt bringt alle 10 Jahre einmal einen um. Da müssen Sie sich nur bei Ihrem Arzt erkundigen, weil es sicher ist, mal wieder für ein paar Jahre zu kommen. Deine Deutsche hat lieber Angst vor Al-Qaida. Dann hat er Angst vor der Rentenlücke. Die Rentenlücke, das ist ein Riesenthema. Wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar. Hat man das eingeredet. Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersversorgung. Dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick. Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Ihr Haus kann seinen Wert komplett verlieren. Ihr Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie es verkaufen müssen. Wenn Sie Pech haben, leben Sie an einem Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt und der will da keiner mehr hin und da können Sie Ihr Haus aufessen, sonst nichts mehr. Weil Sie müssen ja flexibel sein und woanders hingehen und Ihr Haus können Sie zurücklassen. Das ist überhaupt nichts mehr wert. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen. Die hat alle Krächste des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in der Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das eigentlich vernünftige Wirtschaften. Das kann mal ein Jahr weniger sein und mal ein Jahr mehr, aber es kann nie ganz weg sein. Auch nach der nächsten Krise wird noch was erwirtschaftet. So, und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn sie 80 Jahre werden, haben sie 20 Jahre profitiert, haben sie 40 Jahre drauf gezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekte haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamte haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sie es im System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27% der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein und davon sollen fast 70% hinter eine Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Bruttosozialprodukt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. Natürlich geht das. Die Schweiz macht das doch auch. Na klar, die Schweiz macht das ja, weil sie nicht rechnen können. Die haben die Umlagefinanzierte Rente, weil die ein bisschen blöd sind. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsersatz hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Das ist natürlich in der Schweiz nur möglich, weil die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat ist. Sie ahnen das schon. Wenn sie noch nie da waren, müssen sie wissen, die Schweiz ist gesichert mit Selbstschussanlagen. Die Reichen müssen ständig an der Grenze mit dem Lasso eingefangen werden, weil die das Land verlassen wollen. Bei uns wäre das System gar nicht durchführbar, wenn der Westerwelle in dieselben Systeme einzahlen muss wie seine eigene Putzfrau, da kriegt er so viel Pickel, da finden sie den überhaupt nicht mehr wieder. Noch schöner ist, wenn sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil jeder den selben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben sie für alle? Glauben sie lieber weiter an den Osterhasen. Wenn sie 2000 Euro im Monat verdienen, dann zahlen sie 20%. 400 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 4000 Euro verdienen, brutto, zahlen sie auch 20%. 800 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben sie, was sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können sie verdienen, so viel sie wollen. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzzaum für die Reichen nennen. Über 5500 Euro zahlen sie nicht mehr in die Rente, über 4800 Euro zahlen sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel, wie jemand, der 5.000 verdient, in absoluten Zahlen. Nur der mit 5.000 zahlt 20% von seinem Lohn und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar in der Tasche nach Hause. Das ist ja klar. Aber noch bekloppter ist die ganze Sache bei der Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren. Wenn Sie über 5000 Euro im Monat verdienen, dauerhaft, können Sie sich privat versichern. Dann werden Sie belohnt. Sie verdienen 200-300 Euro im Monat mehr als Ihr Kumpel und dürfen sich zur Belohnung billiger versichern. Weil Sie ja mehr verdienen. Zum Ausgleich haben Sie eine bessere Versorgung. Weil Sie ja weniger bezahlen. Versuchen Sie mal irgendeinen Menschen, dessen IQ auch nur leicht über seiner Körpertemperatur liegt, zu erklären, was daran sozial gerecht sein soll. Aber Sie können in Deutschland das System tausendmal erklären, in Deutschland sagen, das geht ja alles nicht, die Rentenkasse, die Lücke bei der Rentenversorgung und dann hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern in der Regierung. Dann machen Sie das wieder verrückt, wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen sich zu lange hinziehen und dann kommt wieder das Gespenst von Unregierbarkeit und in Weimarer Verhältnissen. Ach, sei der Deutsche um Himmels Willen, dann habe ich hinter gar keine Regierung. Das ist noch schlimmer als eine Scheißregierung. Das will ich nicht. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führendes bleibt immer im Amt. Fragen Sie die Hessen. Oder fragen Sie mal die Italiener. Die Italiener haben seit 63 Jahren keine Regierung. Die müssen auch jeden Morgen aufstehen und gucken, wie sie irgendwie klarkommen. Und die Italiener, die sind wenigstens nicht so blöd wie wir. Die haben das alles längst so geschaut. Die Italiener sagen schon seit Jahren, die Pampelmusen im Parlament haben sowieso nichts zu sagen. Wie es mir geht, werden die Italiener immer erklären, bestimmen die Wirtschaftsbosse und die Mafiabosse in diesem Land. Die bestimmen, wie es mir geht. Und deshalb waren die Italiener jetzt konsequent. Die haben den reichsten Unternehmer des Landes mit den besten Kontakten zur Mafia und zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach dem Motto, wenn der uns eh regiert, können wir den auch wählen. Und der Berlusconi kann ja machen, was er will. Der ist da komplett unumschritten. Versuchen Sie mal, die Italiener mit einer Dienstwagenaffäre in Wallung zu bringen. Da können Sie die deutsche Öffentlichkeit drei Wochen alleine beschäftigen. Da können Sie von Rente und Gesundheitsversorgung komplett ablenken mit der Dienstwagenaffäre. Der Italiener würde sagen, warum hat er nicht noch ein paar Minuten reingepackt? War da Platz genug? Das finde ich... Ich finde das sympathisch. Ich mag Italien. Das ist offen. Das ist ehrlich. Da kann man die Mafia auch Mafia nennen. Da muss man nicht verschämt Stromkonzerne sagen. Und dann, dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Wir sterben ja schon wieder aus. Ist Ihnen das eigentlich schon aufgefallen? Seit zehn Monaten sind die Zahlen dramatisch rückläufig. Das große Wiederaufforstungsprogramm von Frau von der Leyen ist gescheitert. Die Akademikerinnen Wurfprämie ist verauspufft. Wir sterben wieder aus. Jetzt kommen die Artikel alle wieder. Der demografische Faktor. Wie soll es überhaupt weitergehen? Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Deutsche. Was für eine Horrorvorstellung. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Das sind Diskussionen. Was hat die Zahl der Menschen in einem Land mit der Lebensqualität zu tun? Wird da nicht umgekehrt ein Schuh draus? Die machen immer die Umfrage in Europa. Wo sind die Menschen zufrieden, ausgeglichen, glücklich und fühlen sich ernst genommen und sicher? Es gibt drei Länder, die stehen immer an der Spitze bei diesen Umfragen. Die skandinavischen Länder, ne? Schweden, Dänen, Norweger. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte und dem höchsten Steuersatz. Das, wovor wir am meisten Angst haben. Das macht glücklich. Doi, doi, doi. Aber wir haben Angst vor dem Aussterben. Da sagt der Deutsche, ach, wie soll die Welt ohne Deutsche leben? Das hat der Afrikaner schon gesagt. Wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Muss er mehr Angst haben vor der Rentenlücke, vor dem Aussterben, vor dem scheitenden Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was uns hier passieren kann? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.